So, da oben wird behauptet, wir wären auf Sendung. Ja, wunderschönen guten Dienstag. Ja, was machen wir heute? Heute Abend gibt es John Sinclair. Für alle, die das noch kennen, wir haben ja schon mal vor längerer Zeit beim Koali auf dem Kanal in fast ähnlicher Konstellation eine schöne Runde gespielt. Und damals hat das auch der Behrru verbrochen. Ich warte jetzt darauf, dass ich was höre. Ja, ich höre mich. Und genau an dieser Stelle übergebe ich an den Werten Spielleiter. Möge er bitte sprechen. Nun ja, da will ich. Vielen lieben Dank. Freut mich sehr, dass wir diese Runde leiten können. Wir werden spielen John Sinclair das Abenteuerspiel. Und zwar daraus die Herold-Kampagne. Also es wird eine etwas längere Geschichte werden. Und als allererstes möchte ich Grintis Grimm grüßen, der eigentlich mit dabei wäre. Weshalb auch immer er nicht da ist. Krank oder technische Probleme, ich weiß es nicht. Dann möchte ich natürlich den Schöpfer von John Sinclair grüßen. Den lieben Jason Dark, alias Helmut Rellegardt, der am letzten Sonntag 70 Jahre alt wurde. Der alles nächstes erstmal die Welt erschaffen hat. Das ist auch ein Tribut an dich. Für alle, die ansonsten hier zufällig reinschneiden und nichts mit Rollenspiel am Hut haben. Wir spielen ein Rollenspiel, das sich im John-Sinclair-Universum befindet. Wir spielen nicht die Original-Helden, sondern wir spielen quasi ein B-Team, ein Zweit-Team. Da die Hölle nicht schläft und John Sinclair sehr viel beschäftigt ist, sieht sich Superintendent Powell genötigt, ein zweites Team ins Leben zu rufen. Das einfach hier den Mächten der Hölle trotzen soll. Und thematisch spielt das Ganze in den ersten 100 Sinclair-Romanen, die überhaupt veröffentlicht worden sind. Und zwar zum Zeitpunkt, oder es geht hauptsächlich quasi um die Nebengeschichte, die rund um den Aufstieg und Fall des Schwarzen Todes geführt haben. Gut. Wir haben Oktober, es ist morgens 7.30 Uhr. Irgendwo außerhalb von London, in der Kaserne. Dieser Mann darf sich jetzt kurz vorstellen und darf beschreiben, was er gerade tut. Ich bin, naja, ich war Reverend Frederick Fitzpatrick. Ich war, das klingt immer noch so komisch. Ich war militärgeistlicher beim SAS. Beim SAS bin ich immer noch, aber ob ich noch geistlicher bin, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mal live gesehen habt, dass es die Hölle wirklich gibt und was da rauskriecht, man fängt tatsächlich etwas an zu zweifeln. Und aktuell, ja, aktuell exerziere ich ein Morgenprogramm durch, kleine Marschübungen, bisschen Schusstraining und irgendwas, eine Konstante, die Sinn ergibt. Du bist also trainieren am Ski-Stand wahrscheinlich. Gerade ja. Würde ich, würde ich jetzt mal einfach. Du bist im Ski-Stand ganz alleine, weil die anderen Kameraden sind irgendwie unterwegs. Du hast aber momentan nicht viel zu tun. Du bist gerade momentan zwar noch im Dienst, aber deine eigentliche Tätigkeit als Fürsorger erfüllst du schon seit einigen Wochen nicht mehr. Als auf einmal ein Soldat niederen Rang ist, also ich kenne jetzt die englischen Bezeichnung nicht, ich würde mal sagen, sowas wie ein obergefreiter, hauptgefreiter reinmarschiert und vor dir salutiert, Lieutenant Fitzgerald. Gefreiter, Rühren. Danke, Sir. Major Stoneheart erwartet Sie, Punkt 8 Uhr Ortszeit in seinem Büro. Verstanden, danke für die Information, dann gebe ich mich sofort zu ihm. Gut, du gehst zu ihm. Ja, erst mal der Klassiker als Waffe leermachen, reinigen, abgeben und dann zu ihm. Du läufst ein paar Gänge lang, so Richtung sein Büro. Du stehst vor einer verschlossenen Tür. Ich klopfe an. Geh rein. Mal Tür auf, geh rein. Mit seinem Spadrick meldet sich, wie wir vorhin. Lieutenant Stoneheart, Rühren, bitte. Äh, Lieutenant Fitzpatrick, Rühren. Danke, Sir. Was machen Ihre Übungen? Kann ich klagen. Präzision, wie erlaubt. Nun, als Pfarrer oder Reverend Schießübungen, irgendwie passt das nicht zusammen. Oder was meinen Sie dazu? Ich muss mich wehren können. Und Sie kennen meine Geschichte. Nach den letzten Geschehnissen, ich weiß nicht, ob ich das Reverend im Namen noch tragen darf. Nun gut, Sie sind es formal nach wie vor, aber Sie haben recht. Sie sind im Moment für mich in Ihrer aktuellen Lage nicht zu gebrauchen. Ich habe lange überlegt, vor den letzten Wochen viele überlegt, was ich mit Ihnen machen soll. Ob ich Sie zu einem Psychiater schicke, ob ich Sie in den Vorruhestand schicke. Nun, auch die, Ihren Bericht über die Vorkommnisse damals, konnte ich erst nicht glauben. Ich dachte einfach an einen Ausraster ihrerseits. Nun gut. Letztendlich hätte ich vielleicht eine interessante Aufgabe für Sie. Ein ehemaliger Kamerad von mir, der mit mir im Falklandkrieg gedient hat, mit dem ich mich in letzter Zeit mit Ihnen unterhalten habe, hat Sie angefordert. Ich musste erst eine Weile überlegen, aber letztendlich, nachdem er jetzt heute Morgen sich nochmal bei mir gemeldet hat, gemeldet hat, habe ich mich entschlossen, seiner Bitte stattzugeben. Ich bitte Sie, sich Punkt 10.00 Ortszeit beim Scotland Yard bei Superintendent James Powell einzufinden. Dort erhalten Sie weitere Informationen. Vorerst werden Sie dorthin abkommandiert. Räumen Sie Ihren Spindler. Nehmen Sie Ihre Waffe mit. Verstanden Sie es ja. Gut. Sie können gehen. Und viel Glück. Saluziere. Danke. Drehe auf den Hacken um und marschiere raus. Gut. Geht es jetzt wahrscheinlich packen und... Ich habe ja nicht viel. Gut. Adresse oder so. Ich weiß nicht, ob du dir bekannt bist. Ansonsten gibt du die halt noch mit. Das Scotland Yard weiß, glaube ich, jeder. Okay, ja. Gut. Sei es drum. Ist dir bekannt. Und du gehst da hin. So, dann fangen wir mal an bei Lady Feet's Sherrod. Dein Handy klingelt. Wenn du's, komm. Ja, wird so klingeln. Hallo. Hallo. Miss Fitzgerald. Hier spricht James Powell von Scotland Yard. Ah, guten Morgen. Was gibt's? Guten Morgen. Ich weiß nicht, Ihnen ist mein Name ein Begriff? Ja, ich habe da so ein bisschen was gehört. Nebenbei, mag mal einen Kugelschreiber klicken. Nun, Sie untertreiben sicherlich, Miss Fitzgerald. Wir wissen sehr wohl voneinander. Sie wissen von der Arbeit meiner Abteilung. Ich weiß über Ihre Tätigkeit bei den Weekly World News. Nun, Sie hatten ja in der Vergangenheit mit unseren Kollegen zu tun, mit John Sinclair unter anderem. Ja. Ja. Und ich hätte vielleicht eine interessante Tätigkeit für Sie. Oh, da bin ich sehr gespannt. Worum geht's denn? Älgeln? Monster? Vampire? Geister? Der Mond? Übertreiben Sie nicht, Miss Fitzgerald. Ich erwarte Sie Punkt 10.30 Uhr in meinem Büro bei Scotland Yard. Seien Sie pünktlich. Ja, ja, das sowieso. Kling, tut, 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 schon aufgelegt. Nein. Nun, dann klingelt bei einer Dame namens Barbara Woodsworth das Telefon. Na, geh aus, du blödes Ding. So, jetzt aber. Ja. Lady Woodsworth, hier spricht James Powell. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Miss Woodsworth. Wie geht's Ihnen denn? Noch geht es mir gut, danke. Ah, nun, ich spreche darauf an, aufgrund der Vorkommnisse, die Sie in den letzten Monaten hatten, und dem tragischen Verlust. Hierzu noch mein herzliches Beileid. Dankeschön. Ich hoffe, Sie konnten hier mal ein bisschen das Geschehene verdauen. Ja, durch ein paar gute Freunde ist mir das sehr gut gelungen. Nun, Ihr Vater war auch ein guter Bekannter von mir aus dem Männerclub, bei dem wir uns regelmäßig trafen. Und ich bin durchaus vertraut mit dem, was Sie jetzt vielleicht als Familiengeheimnis bewahren. Und ich bräuchte Ihre Hilfe. Wären Sie denn, ich bräuchte Ihre Fachkindness. Wären Sie denn so freundlich, gegen 10.30 Uhr in mein Büro aufzutauchen? Na, natürlich, das dürfte absolut kein Problem sein. Gut. Ich bitte Sie, pünktlich zu sein. Ich bin immer pünktlich. Dann bis nachher, Miss Blutzwerf. Bis später. Klick, tut, 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 tut. Nun, gehen wir wieder zurück zu dem lieben Mr. Fitzpatrick. Ich kenne davon aus, Du hast gepackt. Ja, natürlich. Bin abreisefertig. Komme ich ein Auto? Werde ich gefahren? Muss ich mit dem Bus fahren? Na gut, ich weiß nicht. Du wirst vielleicht ein Privatauto haben. Ja. Ich glaube, da gehst Du halt. Obwohl, nein. Auf meinem Charakterbogen steht keins, also habe ich keins. Okay, na gut, dann guckst Du, hast Du von den Außenbezirken irgendwie erst mit einem Zug so Richtung Innenstadt und ja, es ist halt wie immer recht voll, noch morgens. Aber... Ich habe mich nicht fährt. Okay, aber Du schaffst es relativ pünktlich, dort aufzutauchen und kommst unten an der Pforte an. Das ist wahrscheinlich irgendeinem Pforten oder... Richtig, Pforte mit Empfang quasi. Ja, dann gehe ich zum Empfang hin, bin hier noch, ich bin hier noch entweder in Kampfanzug oder in Uniform und... Ich vermute Uniform, genau. Du salutierst. Ähm, Frederic Fitzpatrick, S.A.S. abkommandiert zu Luzernan und Paul. Gut, er guckt Dich ein bisschen verwundert an, als Du vor allem salutierst. Hm, fünfter Stock. Verstehen Sie mich nicht. Danke sehr. Fünfter Stock, rechter Gang. Die Aufzüge befinden sich dort hinten. Ich nehme mir die Treppe. Gut, Treppenhaus befindet sich neben dem Aufzug. Wunderbar. Und Du läufst also fünf Stockwerke hoch. Natürlich, ich muss am Training bleiben. Gut, Du bist auch gut, relativ gut trainiert, ein bisschen geht in die Puste, weil Du bist zwar Soldat, aber jetzt halt nicht unbedingt der körperlich Beste, deshalb bist Du ja auch Läuferin und ich Spezialeinheit direkt. Nur Du kommst oben an. Muss so ein klein wenig suchen, aber findest es dann. und stößt dann vor einer Tür, wo dann steht, genau, eine Frauenstimme meldet sich herein. Ja, macht die Tür auf. Wie sieht es in diesem Raum aus? Ein bisschen Schwarzimmer, relativ karg. Aktenschränke. Schreibtisch von so einer Art Fahrzimmerdame. Ja, dann würde ich doch auf die gute Dame zugehen. Würde mich vor sie hinstellen, würde salutieren. Ja, Lieutenant Frederick Fitzpatrick. Kommt man jetzt zu Superintendent Paul. Also sie hältst so leicht die Augenbraue, als Du vorher salutierst. Perkins, mein Name ist Glenda Perkins und ich bin in Vertretung hier, da die Sekretärin von Mr. Paul momentan leider krank ist. Nun, Mr. Paul erwartet Sie bereit. Vielen Dank. Treten Sie doch bitte ein. Und sie zeigt in Richtung Tür. Die ist wahrscheinlich zu. Die ist zu, ja. Dann klopfe ich da natürlich auch. Herr Rein. Tür auf, Rein. Vor den Superintendents salutieren. Lieutenant Frederick Fitzpatrick, abkommandiere zu Ihnen. Und reiche ihm den Abkommandierungsbefehl. Okay, du bist in einem Raum, der so ein bisschen abgedunkelt ist. Vorder sitzt ein älterer Herr in den 50ern. Anzug, Haare geschniegelt, eine relativ große Brille. Sieht so leicht eulenartig aus. Vorsicht ein Glas Wasser und er nimmt gerade Magentabletten zu sich. Spült er dann runter. Nun, nicht so förmlich, Mr. Fitzpatrick. Sie können sich rühren und nehmen Sie auch bitte Platz. Ich bevorzuge es zu stehen, wenn es genehm ist. Nun, wie Sie wünschen. Nun, ich nehme an, Major Stoneheart hat Ihnen noch nicht allzu viel erzählt? Natürlich nicht. Major Stoneheart ist immer etwas kark mit den Informationen. Aber man bekommt sie, wenn man sie braucht. Nun gut, sei es drum. Er könnte Ihnen auch nicht so viel dazu sagen, weshalb ich Sie hierher gebeten habe. Nun, ich weiß von Ihren Erlebnissen, Reverend Fitzpatrick. Mr. Paul, es wäre mir genehm, wenn wir das Reverend bis auf Weiteres unter den Tisch fallen lassen könnten. Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Titel noch tragen soll. Sehr wohl, Mr. Fitzpatrick. Aber, nun ja, alles zu seiner Zeit. Wie geht es Ihnen damit? Mit den Erlebnissen? Ich kann nur das wiederholen, was auch in meinem Bericht stand. Ich konnte mir nicht vorstellen, das einmal lebendig und leibhaftig zu Gesicht zu bekommen, was man uns fürchten lernte. Nun, Mr. Fitzpatrick, es gibt halt eben doch mehr, was zwischen Himmel und Hölle ist. Vor allen Dingen Hölle. Und mir ist der Bericht sehr wohl vertraut. Und nun, am Anfang hielt man sie wohl für einen Spender, bis die Akte bei mir landete. So konnte ich dann doch zumindest mal im Hintergrund dafür sorgen, dass sie erstmal in Ruhe gelassen werden. Wie ich hörte, haben Sie den Umgang mit der Waffe geschafft? Natürlich. Gut. Ich bin trotz allem Soldat. Das werden Sie vermutlich auch brauchen. Wenn das besser ist, tut man nicht den Erebrunnen. Nun, Sie sind mir sehr wohl vertraut. Ich war mit Mr. und Major Stoneheart zusammen im Falklandkrieg. Also ich weiß, was es bedeutet, Soldat zu sein. Er hat es erwähnt. Nun, Ihre Abkommandierung. Sie besitzen über Fähigkeiten, die sehr interessant für mich und für meine Abteilung sind. Wie ist das so? Nun, Sie können schießen und Sie sind geistlicher. Auch wenn Sie es vielleicht immer mit nicht mehr wahrhaben wollen. Trotz alledem verfügen Sie über Kenntnisse, die für mich sehr wertvoll sind. Und nun, Ihr, nennen wir es Unfall, führte halt dazu, dass ich auf Sie aufmerksam geworden bin. Und ich brauche Ihre Dienste tatsächlich. Meine Spezialabteilung kümmert sich um solche Fälle, speziell um solche Fälle, wie sie Ihnen widerfahren sind. Wir untersuchen alles, was auf übernatürliche, vor allen Dingen fällische Aktivitäten hindeutet. Manchmal sind es Fehlalarme. Dann hatten wir Glück. Aber manchmal steckt ein paar mehr dahinter. Und da brauche ich einen Mann wie Sie. Fühlen Sie sich dieser Aufgabe gewachsen? So, es ist eine Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Und ich habe einem Befehl, mich dieser Aufgabe zu widmen. Also werde ich diese Aufgabe annehmen und sie meistern. Nun gut, ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet. Sie werden allerdings nicht alleine in die Schlacht ziehen. Gut, es gibt natürlich noch ein Team um John Sinclair und Zuko. Allerdings sind die halt momentan in der Welt verstreut. John Sinclair befindet sich zurzeit in Deutschland, um einem Vorgang nachzugehen. Allerdings haben wir momentan einen Fall in Südengland, der keinen Aufschub, sage ich mal, duldet. Und deshalb war ich gezwungen zu handeln. Und wie schon eingangs erwähnt, das wäre jetzt Ihre Aufgabe. Ich gehe mal davon aus, dass Sie während Ihrer Zeit beim SAS auch ein wenig Polizeirecht hatten. Die nötigen Kurse hatten wir, ja. Gut. Also die grundlegenden Kenntnisse sind Ihnen vertraut. Das muss für den Anfang genügen. Nun, beim Militär, die kleinen sind im Rang eines Lieutenants. Hier beim Yard wird es ein wenig geringer sein. Sie werden als Inspektor eingestuft. Selbstverständlich erhalten Sie natürlich weiterhin die Bezahlung aus Ihrem Status als Lieutenant. Ich gehe aber davon aus, dass es für Sie kein Problem darstellen wird. Natürlich nicht so. Es ist eine Aufgabe, wie ich gesagt habe. Genau. Nun, Sie werden nicht alleine in den Kampf ziehen und Sie werden Begleitung erhalten. Allerdings werden Sie die Führung der Gruppe innehaben. Aufgrund Ihrer Erfahrung beim Militär erwarte ich, dass Sie Ihre Aufgabe erfüllen. So, wie ich meine Aufgaben immer erfüllt habe. So stelle ich mir das vor. Nun, machen wir einen kurzen Sprung zu unseren zwei Damen. Wie fahrt ihr denn zum Yard? Aufgrund dessen, dass Taxi teuer ist und ich bei der World Weekly World News arbeite, nehme ich den Bus. Gut. Auch hier Straßen relativ mal nicht so voll. Es gibt keine großartigen Verspätungen. Und du wirst so, ja, gehen kurz nach 10, weißt, Scotland Yard eintreffen. Barbara. Ja. Wie fährst denn du zum Yard? Ich fahre mit meinem eigenen Auto. Was hast du denn für ein Auto? Irgendwas, was gut fährt und nicht zu günstig aussieht. Das ist dein Problem, Rebecca. Nicht ganz so günstig. Irgendwas deutsches auf Fabrikat, eher was Sportwagenmäßiges, eher was Limousinmäßiges. Ich denke, was Sportliches. Ja doch, so wie ich es dir im Kopf verpasst, das ist einfach besser. Also es ist etwas Sport. Okay. Also ein Auto eines nicht genannten deutschen Herstellers, zwei Sitzer, vier Sitzer. Vier. Vier Sitzer. Am Geld soll es nicht mangeln. Okay. Nun. Auch dir fällt auf, dass der Verkehr, ja, für morgens, gut, die Hauptverkehrszeit ist jetzt schon vorbei. Auch du wirst in der Nähe des Yards irgendwo parken. Hm. Vermutlich. Ja. Parkplätze sind aber relativ voll. Und du findest jetzt keinen offiziellen Parkplatz. Das macht mir richtig. Ich suche halt ein bisschen. Ich vermute mal, dass irgendwo in der Nähe was ist. Nicht direkt daran, da muss ich halt ein Stück laufen. Ist ja nicht so, dass ich kaputte Füße oder sowas habe. Okay. Also du parkst nicht irgendwo, wo du nicht parken dürftest. Nein. Ich brauche das Auto. Ich bin darauf angewiesen. Also parke ich nicht im Halteverbot. Okay, nun gut. Ja, auch du parkst und bei dir wird es so kurz nach 10 sein, als du ankommst. Und als du zum Haupteingang kommst, begegnest du einer, ja, auch noch etwas jüngeren Frau, die zufällig auch zur Tür reingeht. Mhm. Was tut ihr? Erstmal mich räuspern, weil ich einen Kusch im Hals habe. Ja, nochmal den Fertenschwanz, den ich mir gemacht habe, weil die braunen Locken sich sonst irgendwie selbstständig machen und mir ständig ein Gesicht rumfliegen. Nochmal festmachen. Das Jackett und die Blusejagd glattziehen. Gucken, ob die Jeans auch vernünftig sitzen. Ja, ich würde bei mir nur eine Strähne zurück hinters Ohr machen, die aus dem Zopf gefallen ist, meine Jacke ein bisschen glatt machen und auch das Gebäude betreten. Und der Dame freundlich zunicken. Was tut die Dame? Fällt ja das Nicken auf. Achso, ich dann so, oh, guten Morgen und ja, würde sie freundlich anlächeln und dann, ja, quasi irgendwie auf jemanden zugehen, nämlich sagen könnte, wo genau ich hin muss, weil... Also ihr seid auf der linken Seite... Auf der linken Seite seht ihr sowas ähnliches wie ein Empfang, Pferdner... Da gehe ich darauf zu. Dito. Guten Morgen, die Damen. Wie kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie zuerst? Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde gerne zu Herrn... äh, zu Herrn Pauls. Und Sie fährt... also gut. Der Herr Mr. Paul befindet sich im fünften Stockrechtergang. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich würde zum Fahrstuhl... Halt, junge Dame, wo wollten Sie hin? Äh, ich müsste auch zum Superintendent Paul. Der, äh, Rebecca Fitzgerald. Also er schüttelt den Kopf und ihr kriegt so vielleicht so einen Halbsatz mit, wie ihr geht's zu wie ein Bienenschwarm. Nun, äh, ihr schlendert Richtung Aufzug, Richtung Treppe? Aufzug. Mehrere Aufzüge. Ich schlendere nicht, ich gehe festen Schrittes zum Aufzug. Okay, ihr drückt. Ich tippe, während ich warte so ganz leicht mit dem Fuß, der Motto, wir können sich auch mal beeilen. Sind Sie nervös? Nein. Sie hat nur Zeitdruck. Nein, ich will nur nach oben. Also von daher... Ja, Sie wirken auf mich, jetzt hätten Sie es ziemlich eilig. Sie wären sehr unruhig. Der Fahrstuhl kann auch nicht schneller, als er runterfahren kann. Oh, naja. Sie können auch die Trenne nehmen. Nein, das dauert länger, als jetzt auf den Fahrstuhl zu warten. Fünfter Stock ist ja eigentlich sie. Bis Sie in der zweiten oder dritten Etage werden, ist der Aufzug wieder auf der Höhe. Dann können Sie einsteigen und müssen Sie nicht warten. Ich gehe in den Fahrstuhl. Ja, aber wenn ich jetzt die Treppe raufrenne, ist meine Blut so total... Das ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich stelle gehe ein. Die Damen, ich bin in den Aufzug. Ja, stelle gehe ein. Ja, ich gehe in den Aufzug. Ich habe, während ich gesprochen habe, bin ich in den Aufzug gegangen. Ja, ich bin ihr gefolgt. Mit euch steht ein jüngerer Herr in Uniform und er guckt euch nur mit bewegloser Miene an und drückt die drei. Ich drücke die fünf. Und ich würde den netten Herrn freundlich anlächeln, so nach dem Motto, ich wünsche auch er einen schönen Tag haben möge. Nicht nachdem er uns getroffen hat. Ach, nur weil du so sauer-tüpfisch guckst. Guten Tag, Mrs. Also er nickt zu, aber es regt sich keine Miene. Er guckt tot anst. Irgendwann kommt er im dritten Stock an, er steigt aus, die Tür geht wieder zu und der Aufzug fährt weiter hoch. Hatte der eine gute Laune. Vielleicht ist das Büro nicht voller Bilder von daher. Voller Bilder? Ja, Bilder heben die Laune unwahrscheinlich. Nein, 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 nein. Ein Buch, ein gutes Buch ist was Schönes. Ja, schon, aber ein Buch muss man erst aufschlagen, damit es schön wird. Bilder kann man sich einfach angucken. Nein, das stimmt nicht. Man muss sich nur diesen Bucheinwand angucken. Einmal richtig schön. Ja, aber Bilder sind voller Lebenskraft und Lebensfreude und nur ein Blick und man hat eigentlich schon gute Laune. Ja, und Bücher steigern das Wissen. Also, ich höre euch noch, aber die Bilder sind irgendwie eingefroren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nein, ich sehe alle. Ich sehe alle. Also, jetzt ist es gut. Okay, nach der gefühlten Ewigkeit kommt der Aufzug im dritten Stock an und die Tür öffnet sich. Ja, raus und in den richtigen Gang und Aufzug im dritten Stock an. Und ich würde dann mal anklopfen. Herein. Eine Frauenstimme. Na, ich würde die Tür öffnen und hineingehen. Die Tür. Eine, ja, schwarzhaarige, jüngere Frau. Guckt euch an und, ach, Miss Fitzgerald und Miss Woodsworth, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ja, genau. Wir sollten für 10.30 Uhr hier sein. Ebenfalls. Gut, Sie werden auch erwartet, aber nehmen Sie noch einen Moment Platz. Dann suche ich mal einen Platz. Wenn ein Stuhl frei ist, setze ich mich da drauf. Ja, die tun. Nun, gehen wir wieder zurück. Zu dem Inspektor Fitzpatrick. So. Ich gehe davon aus, Sie haben Ihre Waffe mit dabei. Und da haben wir Fragen quasi abgegeben. Nun, mir sind die Vorlieben für Ihre Waffe bekannt. Ich konnte schon dafür sorgen, dass Sie auch mit einer entsprechend für Sie notwendigen Munition versorgt werden. Nicht schlecht. Nun, wir erwarten gleich dann noch Ihre Begleitung. Ich hoffe, Sie haben kein Problem mit Frauen, Referent. In der Tat nicht, nein. Nun, denn Sie unterhalten weibliche Unterstützung. Und dann drückt auf den Knopf, Miss Perkins, schicken Sie doch unseren Besucher rein. Und Miss Perkins, ihr hört das Schnarren quasi des Lautsprechers. Steht ihr auf? Ja, klar. Ja. Ja, klar. Gehen Sie ruhig rein. Und er ist nicht so grimmig, wie er tut. Ich schon. Nun, ihr tretet ein. Auch euch empfängt dieser halbdunkle Raum. Und vor euch an einem Schreibtisch sitzt halt dieser etwas ältere Herr mit seinem Anzug, mit seinem akkurat gekämpften Haar mit Seitenscheitel und Brille. Und im Raum steht in Uniform, wie würdet ihr sagen, ein Soldat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich mit Regen auskennt. Militärbildung. Ihr könnt doch mal Geist würfeln. Geist und, ich weiß nicht, was gibt es denn noch? Geist und irgendwas. Nachforschung. Würfelt doch mal Geist und Nachforschung. Es war Tetris gerade, habe ich gehört. Ja, tut mir leid. Moment, ich gucke noch mal, ob ich richtig gezählt habe. Heiß! Sollt sich nicht verbrennen. Zu spät. Drei Sechser und eine Eins. Au! Na gut, also, die Barbara kann so halbwegs erkennen, dass er halt mehr oder weniger zu Army gehört hat. Aber so, die Ränge sagen dir jetzt nichts. Hat dich auch nie so sonderlich interessiert. Doch unsere liebe Reporterin, die weiß ganz genau, dass das ein Lieutenant beim SAS ist. Also schon war es doch aus dem Offizierschor. Schon etwas Höheres. Also nicht so ein niedriger Soldat, sondern schon gut. Miss Wurzwerf, Miss Fitzgerald, nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Vielen Dank. Ich setze mich auch. Guter, liebe Soldat, bleibt stehen. Natürlich sind da auch keine Stühle mehr da, oder? Ach, es gäbe ja schon noch die Sitzmöglichkeit. Es wurde schon vorbereitet, dass drei Leute sich hinsetzen können. Ich bleibe stehen. Okay. Gut. Wie ich sehe, waren Sie pünktlich? Natürlich. Das freut mich. Es freut mich. Pünktlichkeit ist seine Zier. Und wenn ich eins auf dem Tod nicht ausstehen kann, ist es unpünktlich zu sein. Ich krebe eine Augenbraue. Nun, Sie wundern sich vielleicht, wieso ich Sie hier eingeladen habe. Sie meinten, Sie hätten das. Also, Sie bräuchten mich von daher. Sie haben zu mir gesagt, Sie könnten mein Wissen gebrauchen. Ich komme zu Ihnen erst mal, Miss Woodsworth, beziehungsweise auch Miss Fitzgerald. Alles, was sich hier nun erzählt oder was hier ist, unterliegt einer strengen Geheimhaltung. Und da guckt besonders dich an. Von meiner Stolzern, sie haben ja auch gerade zwei Meilen runter. Verstanden. Nun, aber keine Sorge, Miss Fitzgerald. Selbst wenn Sie davon berichten würden, bei Ihrem Arbeitgeber glauben es Gott sei Dank eh kaum welche. Nun, Miss Woodsworth, wie ich schon vorhin in unserem kurzen Telefonat erklärt hatte, kannte ich Ihren Vater und ich kenne auch das, womit sich Ihre Familie beschäftigt. Und ich bräuchte Sie für einen Fall, oder Sie alle drei, für einen Fall in Südengland. Leider sind meine Spezialisten momentan im Ausland unterwegs, um einer Sache nachzugehen. Aber, nun, ich kann in dieser Fall, bedarf dringendem Handelns unsererseits. Und nun kommen Sie ins Spiel. Jeder von Ihnen verfügt über Fähigkeiten, die sehr interessant sind. Er guckt zwar, er guckt vor allem den Soldaten kurz an. Ich weiß nicht, guckt hier rüber. Gut, klar, da könnt ihr euch vorstellen, der kann vermutlich kämpfen. Und sie verbindet alle ein jeweils erlebtes Ereignis. Für jeden auf seine Art mehr oder weniger tragisch und unerwartet. Nun, selbst Miss Fitzgerald hatte, ja, nun selbst verschuldet wohl, ein Erlebnis. Nun, ich bin offen und ehrlich, sie sind für mich wie der Dreck unter einem Fingernagel. Denn wenn ich eins hasse, ist, wenn über unsere Arbeit berichtet wird. Selbst wenn es von einem Blatt wie den Wikileaks World News ist. Aber wie mir Bill Connolly, der mir sehr gut bekannt ist, berichtet hat. Ich denke auch, Sie kennen Bill Connolly, ein Kollege Ihrerseits. Flüchtig. Nun, Sie hatten ja mit ihm schon mal zu tun, als wir Sie retten mussten. Nun, nichtsdestotrotz erlobt Ihre Arbeit. Sie haben sehr gut recherchiert. Und ich hätte Ihnen vielleicht die Möglichkeit, Ihr Geld anders zu verdienen. Mir ist auch sehr wohl bekannt, dass Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit bei seriösen Blättern keine Anstellung mehr finden werden. Nun, hier hätten Sie die Möglichkeit, in einem Team zu arbeiten, das Ihre Fähigkeiten der Nachforschung sehr gut gebrauchen kann. Und Sie könnten hin und wieder auch Presseberichte veröffentlichen. Sei es offizielle, sei es welche in den Wikileaks World News. Allerdings, nun ja, sagen wir so, die Ereignisse sollten etwas geschönt dargestellt werden. Denn die Fälle, die wir bearbeiten, sind nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt. Nun, wenn auch die... Also, wenn Sie in der Kastorschungsarbeit nicht... Nun, in der Wikileaks World News können Sie ruhig schreiben, was Sie wollen. Das glaubt Ihnen eh niemand. Aber nun, ab und zu können wir nicht verschweigen, wenn salzame Dinge vor sich gehen. Aber so wird vielleicht aus einem Werwolf vielleicht mal ein tollwürdiger Hund. Ich kann mein Bestes geben. Nun, ich sehe, wir verstehen uns. Sie werden als freie Mitarbeiter bei uns tätig sein, fürs Erste. Und eine dementsprechende Entlohnung erhalten. Aber ich warne Sie, die Tätigkeit, für die Sie bestimmt sind, ist sehr gefährlich. Es könnte durchaus sein, dass Sie in lebensbedrohliche Situationen kommen. Und es wäre schön, wenn Sie Ihre Angelegenheiten jetzt schon regeln könnten. Sollte Ihnen, was ich natürlich nicht hoffen würde, irgendwas zustoßen. Ich stehe weiterhin versteinert in der Gegend und rühre mich nicht. In meinem Kopf rattert quasi, okay, ich wusste, Journalist, sei es gefährlich. So gefährlich? Nun, aber ich weiß, dass Sie alle nicht wehrlos sind. Und er guckt in Richtung Soldaten. Verziehe keine Wiener. Also, Ihre Begleitung ist durchaus im Umgang mit Schusswaffen geübt. Bei Miss Fitzgerald handelt es sich um eine sehr gute Sportschützin. Und selbst Miss Woodsworth ist im Umgang mit Schusswaffen durchaus geübt. Nun, zu unserem Fall. Ich erhielt gestern einen Anruf von einem Pater McCormick aus Big 9 in Südengland, der mich um Hilfe bat. In seiner Artschaft verschwinden seit einer Woche Personen. Er berichtete von einem Nebel, der aufzog und die das Verschwinden der Menschen begleitete. Und an dieser Stelle würden wir einen kleinen Cut machen. Da wir hier das Präludium quasi im Moment beendet haben. Jetzt wäre die Frage, ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir denn? Zehn vor acht. Zehn vor acht. Wir haben keine Stunde gebraucht. Also, wir können die Mitarbeiter machen. Okay. Also, zur Erklärung für die Zuschauer jetzt. Ich würde jetzt kurz einen Fünf-Minuten-Cut machen. Wir werden dann weitermachen damit, dass wir dann tatsächlich den Zyklus starten. Wir werden allerdings das erste Abenteuer überspringen. Es steht bereits auf dem Nerdpol als Solo-Abenteuer zur Verfügung. Kann dort sicher also nachträglich geschaut werden. Ich denke mal, der liebe Max wird uns dann später auch mal den Link noch reinstellen. Ja, kommt alles in die Videobeschreibung. Genau. Wir werden dann trotz alledem kurz wiederholen, was dort passiert ist. Und werden dann quasi mit dem zweiten Abenteuer starten. Also, das erste Abenteuer ist einfach auch nur ein Einführungsabenteuer. Da passiert nicht so viel Weltbewegung. Ich werde aber Dinge ergänzen, die in einem Solo-Abenteuer nicht vorgekommen sind. Weil das eine oder andere doch durchaus wichtig ist für die Helden hier. Und dann steigen wir direkt ein, dann quasi in den Herold-Zyklus. Das Schöne an der Sache ist, wir haben eine Person dabei, die beim Solo-Abenteuer dabei war. Die darf dann recappen. Na gut, genau. Wir versuchen es, genau. Alles klar, bis gleich. Ihr sechs Zuschauer nicht davonlaufen. Wir sind gleich wieder. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ja, das kann ja lustig werden für dich. Wir sind doch voll charmant. Natürlich. Hat's allerliebst sogar. Ja. Ihr zwei schon. Die Charaktere sind wohl eher ein nagelbrett im Reifen. Ach, ich brauch dich doch nur einmal anlächeln. Nein. 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 In England, dass ich das noch nicht erwähnen, dass ich das noch nicht erwähnt habe, als ich das noch nicht erwähnt habe. Nein. In England dürfen die Priester. Aber die Katholiken nicht, zum Glück bin ich keiner. Ich bin Kve. Ich mach das noch einmal anlächeln. Ich mach das hier drüben, ich mach das hier drüben jetzt nochmal separat kurz auf und guck rein. Ja, auch verreckt. So, jetzt ist noch ein paar Zuschauer, aber glaube ich doch tatsächlich. Ja, also ich weiß zumindest von einem auf jeden Fall. Vielleicht sogar von zweien. Vorhin waren es mal neun, jetzt ist es sieben. Gut. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen ein Päuschen. Ja, ja. Das war, bevor wir ein Päuschen gemacht haben, waren sechs. Ja. Ja, gut. Sei es drum. Wir haben uns Spaß. Laura hat sich eben schon beschwert, wir seien zwei Minuten zu spät. Und ich könnte mir doch vorstellen, dass vielleicht auch noch Orak davor sitzt und Aurora wollte auch gucken. Also müssen wir sehr vorsichtig sein. Nun, wenn wir soweit sind, würde ich sagen, wir machen weiter. Zweite Sekunde. Wir haben einen großen Vorteil und nur einen männlichsten Charakter. Sie braucht zwei, um eine Fanfiction zu schreiben. Stimmt. Genau. Und Fanslash kann sie nicht. Hat sie selber gesagt. Und bei uns beiden hat sie schon gesagt, sie tut es auf keinen Fall. Also sind wir sicher. Yay. Pech gehabt Aurora. Jetzt können wir wieder. Jetzt können wir. Nun, nachdem euch Sir Paul entlassen hat und euch noch die nötigsten Informationen gegeben hat zu Pickner, seid ihr dann tatsächlich ins Arsenal gegangen. Euch würden, also gerade den Damen, wurden Waffen ausgehändigt, Pistolen. Juhu. 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 der Pater Ignatius ins Zeug gelegt. Er kriegt Silbermelb oder Bolzen mit Silberspitzen aus, geweihtem Silber. Eine Repetierarmbrust. Korrekt. Er hat eine Repetierarmbrust. Solange er damit nicht auf mich schießt. Oder auf mich. Ich denke, die Armenbrust hast du in einem Köfferchen verstaut, zusammengeklappt, auseinandergebaut. Zusammengeklappt. Irgendwie, ja. Sodass sie halt etwas unauffälliger ist. Und so habt ihr dann auch vor dem Jahr ein Auto gestellt bekommen. Nein. Also ihr fahrt nicht mit dem Privatfahrzeug von Miss Woodsworth. Ja, und dann darf uns doch mal jemand erzählen, was denn passiert ist, soweit es denn noch weiß. Mhm. Weil eigentlich müssen es alle wissen. Ihr hattet alle die Hausaufgabe, den Stream nochmal zu gucken. Ich weiß es, aber daran teilgenommen hat Max. Also würde ich sagen, ist es Max seine Aufgabe. Wir reden vom Solo-Abenteuer. Da warst du dabei mit Koali. Das weiß ich, aber du hast es auch gesehen. Ach, das Solo-Abenteuer. Moment. Ich macht nichts. Es ist schon eine Weile her. Ich kriege es aber noch zusammen. Ähm, mit dem Solo-Abenteuer. So als wenn wir da gewesen sind. Okay, das heißt, wir sind in den... Ach, ich hab den Namen des Ortes schon wieder vergessen. Big Nor. Sind dort hingefahren, weil wir uns dort mit dem Pater treffen wollten, der auch... Pater McCormick. Genau, Pater McCormick. Ich bin den Rahmen auf dem Aufschreiben. Ähm... McCormick. Treffen... Du hast... Bäh... Also, weil wir uns mit dem dort treffen sollten, weil ja die Menschen verschwunden sind. Und... Ja, das haben wir uns erstmal auf die Suche gemacht. Und hatten dort verschiedene Optionen vor Ort. Jetzt muss ich mir die gerade wieder zusammensuchen, wo wir an Informationen kommen konnten. Gut, ich hake da an der Stelle mal ein, weil noch ein paar Informationen fehlen. Okay. Also, ihr habt erstmal noch versucht, über die Ortschaft ein bisschen was herauszufinden, außer dass es in England ist. Ihr konntet nicht allzu viel herausfinden, weil das muss tatsächlich irgendwie ein kleines Nest sein, das selbst Google Street View noch nicht so richtig kennt und die Homepage von dem Ort schon veraltet und funktioniert auch nicht richtig. Oh, die haben eine Webseite. Und... Was ihr noch herausgefunden habt, in alten Polizeiberichten, dass da schon vor 100 Jahren Menschen verschwunden sind. Damals ging die Polizei aber davon aus, gut, Jugendliche oder jüngere Erwachsene, die halt nach London abgewandert sind, um einfach Arbeit zu finden vielleicht und sind der Sache nicht weiter nachgegangen. Kommt ja öfter mal vor, dass Leute einfach dann wegziehen. Und... So seid ihr nach Bignor gefahren. Euer Navi wollte nicht so richtig, konnte nicht so richtig was mit der Ortschaft anfangen. Seit Straßenkarten habt ihr dann irgendwann mal den Nervt weggeschmissen. Und euch kam es halt so vor, wenn ihr im Kreis fahrt und niemals da ankommt. Was euch zwischendurch immer wieder mal aufgefallen ist, dass ein weißer Toyota euch entgegengekommen ist, mal überholt hat. Also das habt ihr auch das eine oder andere Mal gesehen. Und als ihr schon nicht mehr geglaubt habt, dass ihr da ankommt, es wurde auch schon abends, es wurde schon dunkel, standet ihr auf einmal an einem Schild Bignor. Oh ja. Wurde auch Zeit. Und als ihr dann in die Ortschaft Rheinfurt, ja, kam euch dann dieser Toyota wieder entgegen. Was euch aufgefallen ist auch, Nebel zog auf. Und ihr habt gesehen, wie der Toyota hinter euch hält. Ihr habt angehalten. Dann kam ein junges Mädel auf euch zugelaufen, die sich als Sarah vorstellte. Ihr seid aus dem Wagen ausgestiegen, habt euch mit der kurz unterhalten, und seid euch nach dem Weg gefragt. Wollten eigentlich zu einem Künstlermarkt und ob ihr denn wisst, wo man denn hier übernachten könnte. Als in diesem Moment auf einmal aus dem Nebel dieser Toyota, wo noch ihr verlobter Mark drin saß, mit großer Geschwindigkeit auf euch zuschoss. Ihr konntet gerade noch so in den Straßengraben springen, mitsamt dem Mädel, der weiße Toyota hat euer Auto gerammt und ist dann verschwunden. War weg. Als ihr euch so halbwegs aufgerappelt habt, ist Folgendes passiert. Barbara? Kannst du dich noch drüben erinnern? Grob. Aus dem Nebel sind gestalten gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das eher wie Schatten, also die haben einen Sing-Sang von sich gegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte auch einer so ein Buch in der Hand und die haben halt quasi nach uns gegriffen und nach, wie hieß es, Sarah, ne? Und nach Sarah gegriffen. Wir wollten uns eigentlich in den Nebel ziehen. Genau, das Folgendes war, es sah aus wie eine Prozession und dabei unter anderem ein Referent, die Person, die du erwähnt hast, also sah aus wie ein Priester und die haben euch tatsächlich angegriffen. Ihr habt euch gewehrt auf die Geschossen, habt aber dann festgestellt, da passiert nicht viel, also das zerfloss zu Nebel, wenn ihr auf die Geschossen habt, sah ja so gut aus und dann haben sich auch die Gestalten wieder zusammengeformt und haben euch dann quasi verfolgt. Was ihr dann gehört habt, aus dem Nebel heraus, war das Geläut einer Kirchenglocke. Genau, die Kirchenglocke. Genau, und da habt ihr euch dann erinnert, Kirchenglocke, Pater McCormick, Kirche, der könnte dort sein, also habt ihr gedacht, okay, wenn wir irgendwo sicher sind, dann in der Kirche und ihr seid geflüchtet. Leider habt ihr auf dem Weg die Sarah dann verloren, die ihr einfach nicht mithalten konntet, die ihr einfach nicht schnell genug mitgekriegt habt und die dann einfach im Nebel verschwunden ist. Als ihr dann in die Kirche reingekommen seid, beziehungsweise es empfiegen euch dann ein Priester, ein Priestergewand halt eben, mit feuerroten Haaren, Vollbart, also so richtig typisch irisch eher, der dann gebet, Vater unser im Himmel und mit Weihwasser halt in den Nebel gesprüht hat und ihr könntet euch quasi dann vor diesen Schämen, Wiedergängern in die Kirche retten und was ist in der Kirche passiert? Ja, wir haben uns in die Kirche zurückgezogen, weil wir dachten, wir sind dort sicher, allerdings sind diese Wesen in die Kirche eingedrungen und haben auch dort versucht, uns anzugreifen und wir hatten natürlich mehrere Möglichkeiten, wir hätten versuchen können sie anzugreifen, wir hätten die Sakristei pflichten können oder wir hätten noch was anderes machen können, was wir dann auch getan haben. Ihr habt sie angegriffen. Ja, du bist gemein, lass mich das doch schön reden. Ja, wir haben sie angegriffen, ist es ja gut, Entschuldigung. Sie haben sich in der Kirche tatsächlich eher manifestiert und dort wurden sie verstofflicht und ihr konntet sie angreifen, ohne dass sie sich wieder neu zusammengesetzt haben und so hattet ihr dann irgendwann mal Ruhe. Nachdem, als der Spuk vorbei war, habt ihr euch dann mit ihm unterhalten, er hat sich euch als Pater McCormick vorgestellt, ihr habt ihm erzählt, dass ihr aus London geschickt worden seid vom Jahrt und so habt ihr euch noch eine Weile unterhalten und seid dann schlafen gegangen. Am ordentlichen Morgen gab es ein richtig dickes, fettes, Frühstück, also so eine Haushalterin, eine Schottin oder so, die hat euch da eingedeckt mit Kuchen, mit allem möglichen Zeugs. Richtig, richtig fettes Frühstück, sodass ihr kaum zum Reden gekommen seid vor lauter Essen. Nun, ihr habt euch miteinander unterhalten, ihr wolltet Informationen, ihr konntet euch nicht viel sagen, außer dass seit einer Woche Personen verschwinden, dass auch viele aus dem Ort abgehauen sind, die einfach gesagt haben, uns reicht's, wir ziehen irgendwie mal weiter weg, bis wieder Ruhe eingekehrt ist, wie auch immer. Bisher weiß niemand, was mit den anderen Personen passiert ist. Ihr habt dann mit ihm gesprochen, dass ihr einfach vielleicht Informationen über den Ort rauskriegen könnt. dann hat er gemeint, ja gut, das Einzige, was ihr halt machen könnt, wäre in den Kirchenchroniken, ob da irgendwas zu finden ist, die auf die Vergangenheit des Ortes hindeutet, die vielleicht dieses Geschehene, sage ich mal, erklärt. Also er hat euch auch erklärt, dass dieser Nebel immer aus Süden kommt, wobei er sich nicht erklären konnte, was dort sein soll. Und das kein Moor oder sowas, oder größeres Gewässer, wo der Nebel aufziehen könnte und auch nichts Näheres, wo ihm jetzt bewusst gewesen wäre. So seid ihr dann in die Kirchensakristei, dort gab es allerdings nicht allzu viel, weil es mal gebrannt hat und ziemlich viel verbrannt ist. Das Einzige, was ihr dort gefunden habt, war halt einfach, dass mal ein gewisser Bischof schon vor circa 100 Jahren da war, inkognito allerdings, also nicht in Prachtgewand, sondern eher wie ein armer Pater aufgetaucht ist und übernachtet hat und dann, der sich halt um irgendwelche Geschehnisse in einem Machtnachbarort kümmern wollte und dann auch nie wieder aufgetaucht ist, der dann also verschwunden war. Und was ihr dort noch gefunden habt, ist etwas Interessantes und zwar habt ihr dort gefunden an einer Kette einen Fingerknöchel, der versilbert ist. Dieser Fingerknöchel stand in einem Begleitschreiben von dem Bischof John, das soll übergeben werden, irgendwelche Leute, die nach ihm kommen würden, um die Vorgänge zu untersuchen. Hat dann die liebe Barbara dann in die Hand genommen. Dieser Fingerknöchel soll angeblich stammen von einem Templer namens Hector de Valois also Hector mit C geschrieben D und dann Valois Valois und als ein Tempelritter und als du diesen Knöchel in die Hand genommen hast, hast du gemerkt, dass dieser also du hast die Faust quasi geschlossen, hast du gemerkt, dass der auf einmal warm wird und pulsiert wie deine Energie drin ist und dann hast du zerschreckt die Hand geöffnet und es gab einen Lichtblitz das war auf einmal ganz hell und so schnell der Lichtblitz da war, war er wieder weg und es war nichts weiteres passiert also scheinbar hast du da irgendwas freigesetzt du weißt aber nicht genau was außer dass es Licht war und nun er hat euch noch den Tipp gegeben dass ihr vielleicht noch weitere Informationen kriegt momentan sein außerhalb des Ordnungs arbeiten an dem alten Römerkastell das freigelegt wird und vielleicht könnt ihr da einfach mehr erfahren dann seid ihr zu dem lieben Römerkastell gefahren die liebe Barbara erinnert sich ich habe diese Szene gehasst ich habe dieses Buch verflucht hat er mich darum gescheucht immer wieder zurück zum Standort ja gut euer Auto war übrigens Schrott nicht zu gebrauchen und ihr seid dann halt zu dieser Ausgrabungsstätte dort seid ihr einer jungen Archäologin stellt sie sich euch als eine Susanne Tennert vor die wohl die Ausgrabung leitet die von Studenten einfach gemacht wird und sie auch noch ein Studenten ist aber schon so kurz vor Ende des Studiums sie hat euch ziemlich viel über römische Geschichte in England und so weiter erklärt die euch so herzlich wenig interessiert hat aber es hat euch noch einen entscheidenden Tipp gegeben ihr mögt euch durch einen gewissen Sir Thomas Huxley wenden der außerhalb des Ortes in einem Männerwand den sogenannten Huxley Männer und der verfüge einfach über eine private Bibliothek der ist Privatier älterer der finanziert auch die Ausgrabungen und nun habt ihr euch entschlossen dort hinzugehen habt dort an der Tür geläutet geklopft wie auch immer und euch hat ein Butler geöffnet der etwas ja nicht englisches aussehen hatte ihr würdet sagen eher indisch also dunkelhäutig aber vermutlich inder und der hat euch relativ nüchtern so wie es ein Butler halt eben tut zu verstehen gegeben dass Mr. Huxley nicht da ist und wollte euch quasi wegschicken ihr wart auch schon am gehen als euch auf einmal dieser Thomas Huxley quasi im Garten entgegen kam und euch gefragt hat was ihr halt wollt und ihr mögt doch bleiben und so weiter und ihr hattet den Eindruck das ist ein netter englischer älterer Gentleman so eine Mischung aus Richard Edinburgh also wer die Jurassic Park Filme kennt dieser ältere Herr aus dem ersten Teil und dem älteren Sean Connery so könnt ihr euch den vorstellen so eine Mischung also sehr gepflegt sehr gebildet sehr freundlich sehr nett also wie ein Mensch dem quasi ja so Weihnachtsmann mäßig hat er schon so was vom Aussehen her und ihr hattet so den Eindruck dass man mit ihm über die letzte Großwild jagt oder man könnte meinen dass er noch die Kolonien in Indien live erlebt hat also ein älterer Herr der hat euch dann hereingebeten ihr wart dann in dem Haus sehr nobel eingerichtet englischer Landstil viele Antiquitäten rumstehen aus allerlei Herren Länder Afrika Asien so richtig schön alt und er hat euch dann auch ein Buch besorgt das sich mit der Chronik des Ortes Bickner beschäftigt gerade um die Zeit 1880 circa und was stand da drin liebe Barbara vielleicht weißt du das noch ja da drin stand dass es etwas das ist ein merkwürdigen dass etwas merkwürdiges passiert ist aber nicht mit der mit dem Ort in dem wir uns befinden sondern mit dem Nachbarort dass der irgendwann verschwunden ist der war auf einmal weg korrekt da steht unter anderem drin dass in Utmor seltsame Dinge vorgegangen sind seit da ein neuer Reverend aufgetaucht ist der sich um das Seelenheil der Menschen kümmern sollte es wurde berichtet von schwarzen Messen Sodomie und es wurde berichtet dass die Utmor sich abgeschottet haben dass die Leute aus Bickner nicht mehr willkommen sind auch mal der Reverend aus Bickner halt mal dort war und der mehr oder weniger davon gejagt worden ist und irgendwann enden halt die Eintragungen und diese Ortschaft wurde nie wieder erwähnt wie wenn die quasi aus dem Gedächtnis gelöscht worden wäre wenn sie nicht existiert hätte genau wie wenn sie gar nicht existent wäre es wurde nie wieder davon berichtet in den Folgejahren die Menschen wissen auch nichts mehr von diesem Nachbarort aber ihr habt eine Beschreibung wo diese Ortschaft in etwa gelegen haben könnte und zwar im Süden von Bickner also wo auch dieser Nebel herkommt und so habt ihr euch dann auf den Weg gemacht Richtung Bickner Hill das ist so quasi ein Aussichtspunkt wo man halt relativ weit blicken kann und da seid ihr auch schon alten Wanderwegen die aber nicht mehr gepflegt wurden und eingefallene Bänke quasi seid ihr dann an diesen Bickner Hill gekommen und habt eine relativ gute Aussicht gehabt und habt in der Ferne gesehen eine verfallene Kapelle und einen kleinen See Tümpel also nicht so groß mit Bäumen drumherum und ihr seid dann losgezogen Richtung dieses Geländes weil ihr dachtet gut Kapelle See vielleicht war dort mal diese Ortschaft wer weiß und auf dem Weg habt ihr auf der Wiese seltsame Steine gefunden in die quasi was eingeritzt war das einzige was ihr da irgendwie entziffern konnte das konnte Barbara aufgrund ihrer okkulten Kenntnisse konnte das herausfinden dass es sich hier um quasi Schutz Symbole gehandelt hat oder handelt und auch um Symbole die quasi ein Portal darstellen dann seid ihr Richtung wohin gegangen? des Ortes der nicht mehr existiert ja aber Richtung wo? Richtung Tümpel? Richtung Kapelle? wahrscheinlich sowohl als auch aber letzten Endes sind wir am Tümpel gelandet weil der etwas merkwürdig gewesen ist davor seid ihr aber in die Kapelle gegangen tatsächlich mit den verbrannten Büchern ja verbrannten Bücher wo jedes Wort Gott durchgestrichen war und durch Satan ersetzt wurde genau ihr seid da reingegangen so halb zerfallene Kapelle die Bänke schon zerfallen vermoderte Gesangsbücher teilweise tatsächlich zu Staub schon fast zerfallen aber welche waren tatsächlich noch halbwegs zu gebrauchen und wie du schon sagtest was man noch gesehen hat war so das was man in der Kirche immer sieht wenn Lieder angesagt werden steht immer eine Nummer da und da standen noch die Nummern und du hast dann quasi so ein Gesangsbuch in die Hand genommen hast mal geguckt so nach den Nummern was haben die zuletzt gesungen und das war eigentlich im Prinzip normales Kirchenlied aber wie du schon sagtest jedes Gott wurde der Satan Teufel und so weiter selbst wurde durchgestrichen und rot drüber geschrieben und dann wurdet ihr von diesen Büchern quasi angegriffen die hatten auf einmal ein Eigenleben hatten rasiermesserscharfe Seiten also ihr musstet das schon ziemlich aufpassen dass ihr euch nicht zerschnetzeln ihr habt dann letztendlich durch etwas Gewaltentwirkung dann erreicht dass die Bücher dann vernichtet worden sind und was ihr dann gefunden habt ist als ihr den Altar untersucht habt dort habt ihr im Altar versteckt schwarz verbrannte Knochen gefunden also nicht große sondern eher von Fingern von Füßen also eher kleinere Knochen aber schwarz verbrannt gut ich weiß nicht habt ihr die mitgenommen die anderen beiden haben wir die mitgenommen ja gut einstimmiges ja bin ich nämlich auch also ihr habt die ihr habt die mitgenommen gut dann seid ihr runter an den Tümpel schwarzes Wasser die Bäume drumherum alle tot also quasi wie so eine Art verbranntes Stück Erde wo nichts mehr wächst kein Gras gar nichts mehr total tot und was euch aufgefallen ist dass in diesem Tümpel etwas kreisrundes leuchtete hell geleuchtet hat ihr habt euch dann entschieden in diesen Tümpel rein zu gehen und seid dann quasi durch so eine Art Dimensionsportal gelangt denn dieses hell leuchtende war nichts anderes als der Mond und dort wo ihr rausgekommen seid im Prinzip so ziemlich an der gleichen Stelle war es dunkel Nacht am Himmel stand der Vollmond und was ihr gesehen habt war die Kapelle aber auch Häuser also ihr scheiden in dem Utmoor in der Vergangenheit gelandet zu sein wo die Ortschaft noch existiert hat in den Häusern teilweise ein bisschen Licht aber sehr ruhig was euch halt oben aufgefallen ist in der Kapelle dort brannte auch Licht was habt ihr dann gemacht liebe Barbara ich vermute dass du mich jetzt ein bisschen ähnlich fühlst wie dieses blöde Handbuch das heißt wir haben nicht versucht den Ort zu verlassen und in den Nachbarort zu kommen weil der sich eh aufgelöst hätte wir haben nicht versucht die Häuser in Brand zu stecken oh doch das habt ihr obwohl ich weiß nicht ihr habt es nicht versucht okay ich wollte gerade sagen wir heißen dich Christopher Black und und er heißt dich Goldnisskamee und er heißt dich Goldnisskamee genau manchmal ist es aber gut Häuser in Brand zu stecken aber ihr habt es nicht gemacht weil ihr seid recht scharf und gut und sind dann zur Kapelle gegangen ich habe ich habe noch in Erinnerung dass da auch ein Singsang draus kam und Licht heller leuchtet die Kapelle war gut so weit sind wir aber noch nicht weil es kamen noch ein paar Dinge die dort nicht passiert sind die ich euch jetzt erkläre ihr seid eine Hund also ihr wart tatsächlich doch in den Häusern okay und ihr habt in einem etwas vornehmeren größeren Haus etwas gefunden in einem Sekretär und zwar scheint es von dem Bürgermeister des Ortes gestammt zu haben sowas wie ein Tagebuch und in diesem Tagebuch stand beschrieben dass die Menschen quasi beziehungsweise die Männer unter Anleitung dieses bösen Reverence quasi ihre Frauen und ihre Kinder geopfert haben in so einer Art schwarzen Messe die wurden verbrannt und ihr habt dann die Häuser nicht im Rand gesteckt ihr seid einem Hund begegnet der ich aus dem Dunkeln heraus mehr oder weniger schon beobachtet hatte angegriffen hatte und ihr wusstet nicht ist das irgendwas Untotes irgendwas gefährliches also ihr habt drauf geschossen das hat nicht geholfen er war der Immune gegen aber was ihr festgestellt habt war dass er das Licht scheut nun jetzt viele lieben Barbara ein Licht Fingerknöchel da war doch was du hast versucht das Ding zu aktivieren hat aber nicht funktioniert alles hat nicht drauf reagiert aufgrund deiner okkulten Erfahrung würdest du denken ja gut Magie baut sich nicht so schnell wieder auf wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit brauchen bis das Ding wieder mit Kräften gefüllt ist damit ihr es nutzen könnt und ihr seid dann hingegangen und habt in eurer Not mit Taschenlampen auf das Viech geleuchtet das habt ihr aber eher per Zufall herausgefunden dass der gegen den Licht allergisch ist und so konntet ihr den Hund dann letztendlich dann doch vertreiben nun ja nachdem ihr da dann fertig wart seid ihr tatsächlich in die Kapelle und was ist dort passiert ich gehe jetzt einfach davon aus wie du sagtest wir sind in die Kapelle dass wir daraus nicht diskutiert haben ob es einen zweiten Weg oder sowas gibt und dass wir erstmal reingeguckt haben und festgestellt haben dass da drin tatsächlich eine Messe stattfand die Menschen standen also in den in den Bänken und waren am singen und vorne am Altar stand jemand ich weiß jetzt gar nicht ob er tatsächlich schon ein Opferdolch in der Hand hatte und auf dem Altar selber war die liebe Sarah festgebunden wie so ein kleines Opferlamm die die leider in dem Nebel in der Nacht vorher verloren haben die als Nächste wohl dran glauben sollte genau die lag auf dem Altar war ähnlich wie ein Spanferkel im Mund gefüllt mit irgendwelchen Kräutern und so weiter und der Herr hatte quasi vorne seine Priester Messe scheint das gewesen zu sein korrekt auf den Bänken saßen die ganzen Menschen die in der Nacht zur Forschung gesehen hatte also auch Menschen wo ihr wisst die habt ihr getötet saßen da wieder ja alle eher etwas ärmelig begleitet Klamotten zu groß zu klein wie auch immer weiter vorne saßen welche die etwas feiner gekleidet waren also in der ersten Reihe und vorne war dieser schwarze Priester tatsächlich der zwei Knochendolche hatte das waren zwei Knochendolche und der war dabei quasi sowas wie eine Zeremonie eine Beschwörung abzuhalten teils in der Sprache die ihr nicht verstanden habt teils in der Sprache die du verstanden hast oder die für euch alle verständlich war und es ging dabei darum dass er ein Wesen namens der Schwarze Tod beschwören wollte was euch jetzt so nichts sagt und letztendlich kam es zum Kampf ihr wurdet angegriffen von der Bevölkerung erstmal von denen in den hinteren Reihen ihr hattet also gut zu tun und dieser Schwarze Priester hat euch mit seinen Knochendolchen bearbeitet die offensichtlich magisch waren weil der konnte die schleudern und die kehrten wie ein bummerang zu ihm zurück und er hatte alle Hände voll zu tun während er seine Prozession weiter gemacht hat zwischendurch spuckte dieses Mädel die Kräuter aus und sprach mit einer dunklen tiefen Stimme die so absolut gar nicht zu dieser Frau passte von wegen so Sachen wie Herold und also er hat scheinbar diesen Schwarzen Priester als Herold bezeichnet und ja der Kampf war hart doch ihr habt es dann quasi in letzter Sekunde geschafft die ganze Bevölkerung zu töten also die ganzen Menschen Zombies was auch immer das waren Wiedergänger zu töten und auch diesen Schwarzen Priester und es ist nichts weiteres passiert außer dass ihr dann noch die Knochendolche mitgenommen habt weil die offensichtlich magisch sind und ihr konntet das Mädel letztendlich befreien und euch stellten sich zwei Fragen weshalb wurde der Herold genannt und wer ist dieser schwarze Tod und so seid ihr dann zurückgekehrt habt dann Bericht beim Jad erstattet und dort habt ihr dann auch mitgekriegt dass tatsächlich dieser schwarze Tod schon mal an anderer Stelle zum Tragen kam weil Gerüchte die John Sinclair Suko dieses Team heraus gefunden hatten besagt dass angeblich die Ankunft eines Superdämons bevorstehen würde genannt der schwarze Tod und scheinbar hattet ihr hier in der Vergangenheit mit ihm zu tun konntet aber Schlimmeres erstmal verhindern nun ihr hattet dann euren ersten Fall hinter euch die nächsten Wochen ist sich allzu viel passiert ich weiß nicht wie habt ihr die Zeit verbracht was habt ihr gemacht Training 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 gearbeitet lauter unglaubwürdige Storys geschrieben würde ich auch sagen und ich denke dass ich mich auch zwischendurch mit der lieben wie war das Rebecca auch mal in Verbindung gesetzt habe um nochmal über das zu reden was wir erlebt haben weil diesen komischen Fitzpatrick kriegt man irgendwie nicht ans Telefon schon merkwürdig ich würde außerdem natürlich recherchieren was in diesem Sinne ein Herold bedeuten kann weil ein Herold ist normalerweise jemand ja ein Vertreter so gesehen der etwas der geschickt wird oder halt ja wird das einfach recherchieren und wird auch näher nach dem schwarzen Tod gucken wenn er nicht gerade als die Pest bezeichnet wird ja ich und ich würde in meiner privaten Bibliothek ebenfalls nach den Begriffen suchen ob der schon mal irgendwo ein bisschen Buch besitze wo das schon mal aufgetaucht ist selbst wenn es nur Gerüchte sind das ist ja eine spezielle Bibliothek ich hoffe dass ich dafür nicht geworden bin in der Zeit und ich würde halt auch alte Zeitungsartikel wälzen und alles mögliche gut was ihr auch noch gemacht habt als ihr zurückgekommen seid wohl noch in Big Novart ihr habt euch natürlich mit dem Pater McCormick unterhalten der euch natürlich gedankt hat der Pater McCormick hat auch mit dem Reverend sich unterhalten die dürften sich nicht wirklich mögen der Reverend hat sich als Reverend geoutet denke ich mal ja schon aber der Pater McCormick ist Katholik es ist aber trotzdem eine englische Kirche keine katholische Kirche und ja du hast dich wahrscheinlich geoutet und er wird dich wahrscheinlich gefragt haben wie du dazu kommst da dabei zu sein hast du ihm von deiner Vergangenheit etwas erzählt was richtig widerfahren ist wenn ich ihn danach gefragt habe werde ich es ihm gesagt habe ja von alleine werde ich es nicht erzählt haben ja gut dann hat er dich tatsächlich gefragt du hast ihm berichtet was hast du ihm berichtet erzähl doch mal vielleicht in deinen gewissen ich habe ihm erzählt als ich im Auslandseinsatz war was weiß ich was hat man gesagt Afghanistan oder Afghanistan irgendwo ja genau Afghanistan wo irgendwo nirgendwo wo es keine Pinguine gibt waren wir in einem Einsatz das war eigentlich nur eine Patrouille mehr oder weniger und man ist es ja mehr oder weniger gewohnt in Anführungszeichen dass man aus dem Hinterhalt angegriffen wird und somit haben wir auch benechnet aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden was was natürlich auch passiert ist nur was uns angegriffen hat waren keine Aufständischen waren keine Soldaten sondern waren halt ja irgendwie so niedere Dämonen oder so Viechzeug auf jeden Fall und bei mir in der Einheit war auch mein bester Freund könnte man sagen weil ja man kennt sich halt dann wenn man längere Zeit in einer Einheit kämpft und vertraut sich gegenseitig an und ja den hat es halt direkt neben mir auf sehr unschöne Art und Weise zerbröselt wo ich halt auch gedacht habe Moment ich kenne keine Waffe die das hinkriegt und ja und da war ich zum ersten Mal mit tatsächlich mit der Hölle konfrontiert wo ich dann auch wieder ein bisschen ins Zweifeln gekommen bin eben ob Gott das alles zulassen kann und das ist so das was mir dann wieder erfahren ist und warum ich immer noch mit diesem Reverend in meinem Namen etwas harter und seither konnte ich auch nicht wirklich mehr mich um meine Kameraden kümmern konnte keine Prädigten mehr halten es war oder ich konnte keine Messen mehr lesen es ging einfach alles gar nicht mehr so richtig weil ja nun es war schließlich ein traumatischer Erlebnis am Anfang hat ja natürlich kein Mensch geglaubt das hat dich für krank gehalten dass du vielleicht irgendwie selber in einem Arthrausch oder dass das halt in Wirklichkeit normaler Angriff war und du irgendwelche Fantasien halt hast aufgrund eines Traumas Trotz alledem wurde dann halt damals ein Bericht verfasst bzw. dein Bericht dann weitergeleitet aufgrund eines höheren Befehls sollte der halt weitergeleitet werden an Scotland Yard was dann auch geschehen ist und die Konsequenzen hast du jetzt heute du wurdest dann quasi eingeladen an einem neuen Team teilzunehmen bzw. wurdest eigentlich gar nicht groß gefragt sondern abkommandiert was dir aber glaube ich gar gar nicht unrecht war ja die gucken mich alle so blöd an auf dem Stützpunkt der guckt wieder mal den an der hat total eine Waffe und so zu nun gut dieser dieser Partner McCormick hat dir natürlich zugehört und aufgrund der Erlebnisse oder der Geschehnisse in den Bignor und auch der Erzählungen von dem gewissen Partner Ignatius mit dem er befreundet ist der ihn überhaupt auf den Tricht gebracht hat beim Scott sich zu melden bei glaubt er dass es tatsächlich die Hölle auch real gibt aber wenn es die Hölle auch real gibt muss es auch den Himmel real geben das ist für ihn also felsenfest und das versucht er dir natürlich auch dann zu beizubringen und dir hat Trost zu spenden aber nun deine Reaktion ist da glaube ich eher gemischt da drauf es findet schon Ansatz also er erinnert mich an das was ich selber mal geglaubt habe und bringt mir sogar so ein paar Beweise allerdings ich bin zwar immer noch ein bisschen am Zweifeln aber ich fühle mich doch schon wieder etwas mehr in meinem Glauben gestärkt Nun gut die Wege Gottes sind unergründlich mein Sohn Bruder besser gesagt Bruder ja Nun vielleicht ist es dein Schicksal dich dem Wesen der Hölle entgegenzustellen Bruder ich wünsche dir viel Kraft dabei wenn es Gottes Wille ist für das Funktionär und du kannst mich jederzeit anrufen werde ich tun ich gebe ihm auch mal meine Handynummer kriegst du er er gibt dir natürlich seine Daten auch nun Ihr geht natürlich auch zu diesem Huxley berichtet ihm was passiert ist und dieser Huxley versucht halt auch oder verspricht euch da sage ich mal zu unterstützen ein bisschen zu gucken in seiner Bibliothek und er meinte wenn er was rausfindet oder so wird er sich bei euch melden Sehr praktisch Gut die folgenden Wochen die Mädels haben sich denke ich mal ein bisschen angefreundet haben vielleicht erzählt was denen passiert ist Rebecca was hast du erzählt was dir widerfahren ist naja eigentlich dass ich wie immer meine Nase nicht aus den Sachen raushalten konnte die mich nichts angehen und das ja ich arbeite halt bei so einem kleinen Schubblatt also nicht schon bland in dem Sinne man muss achten sein sondern schon bland im Sinne von Verschwörung hier und Ufo ist da und dass mich das auch tatsächlich interessiert und dann habe ich tatsächlich mal was gefunden ja das war irgendwie nicht so gesund für mich es ist so ein bisschen nach hinten losgegangen und dementsprechend brauche ich dann natürlich Hilfe um da wieder rauszukommen Hilfe in Form von einem Sinclair Team genau irgendwie warst du auf einem Friedhof da sollen Leichen verschwinden und du dachtest das sei vielleicht für irgendwelche illegale medizinische das war ja lokale Satanistenorden ganz klar oder der Vampirzug man weiß es nicht genau das würde ich rausfinden Fakt ist Fakt ist halt ihr kam das Sinclair Team in höchster Not zur Hilfe du konntest dich erwehren du hattest halt eine Pistole dabei aber Bleikugeln helfen halt nicht sonderlich viel und letztendlich konnten sie dir helfen da war ein gewisser Bill Connolly dabei den du kanntest halt klar unter der Presse kennt man sich ein bisschen und du hast die dann sag ich mal in der Folgezeit ein bisschen observiert hast du ein bisschen beobachtet was die da so machen und hast dann auch darüber berichtet und es kam dann halt bei gewissen Herrschaften wie jetzt zum Beispiel den James Powell nicht so gut an gut es herrscht Preisefreiheit Berichterstattung sie konnten nicht viel tun aber da dachten sie halt gut wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst dann mach ihn doch zu deinem Freund und dementsprechend gab es halt dieses Jobangebot für dich nachdem halt auch bekannt war dass du eigentlich von diesem Blatt weg wolltest aber halt keine seriöse Arbeit gekriegt hast weil du halt einfach als Skandalreporterin irgendwie einen schlechten Ruf hattest ja eher Verschwörungstheorie genau also du warst nicht als sonderlich seriös bekannt in der Szene wobei du aber tatsächlich doch sehr gut recherchieren kannst und du eigentlich aus Mangel an anderen Alternativen bei diesem Blatt gearbeitet hast oder auch weiterhin noch arbeiten tust Freispray muss man nehmen was man kriegen kann genau und sogar bei den Illuminaten rausgeflogen hm was hast du gesagt sogar bei den Illuminaten rausgeflogen gut was hat denn die liebe Barbara erlebt ja wenn sie schon so ehrlicherweise genau so bei mir ist es so dass meine Familie eine ziemlich alte Bibliothek besitzt eine geheime Bibliothek wo in die ich eingeführt wurde und ja an einem halb an einem als ich ein wie sagt man ein Viertel genau von 100 ja als ich ein Vierteljahrhundert alt geworden bin die Familie da und leider einer der Verwandten das entdeckt hat und dann einfach mal so laut was vorgelesen hat und das ist dann vollends nach hinten losgegangen ich hab dann mit meinem Vater zusammen diese Mächte versucht wieder in die Schranken zu weisen das hat auch funktioniert allerdings ist dabei das Haus zerstört worden und sowohl mein Vater als auch mein Verlobter sind dabei ums Leben gekommen einschließlich ein paar Gästen ja meine Familie meidet sich meidet sich meidet mich seitdem doch dank diesem netten Inspektor vom Scotland Yard wie ist er Bob Griffin Sinclair Sinclair in dem Fall Sinclair oh es war in dem Fall Sinclair an sich okay der hat mir geglaubt und hat dann dafür gesorgt dass die Öffentlichkeit quasi nichts davon mitkriegt damit das nicht zum Beispiel in diesem komischen Blatt landet bei dem Rebecca gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt ja ich mag dich auch Tali und ja seitdem wenn dann sowas ist wie jetzt bei dem lieben Herrn Pauz helfe ich dann weil mir das sehr wichtig ist dass das nicht auf die Welt losgelassen wird weil es gefährlich ist nun ich denke ihr werdet so ein bisschen Kontakt miteinander gehabt haben euch so ein bisschen erzählt haben ein bisschen angefreundet haben denke ich mal du kennst auch natürlich die Conolis ja natürlich die Conolis die Conolis vor allen Dingen halt die Sheila kennst du genau ihr habt euch schon auf diversen Wohltätigkeitsveranstaltungen in der Vergangenheit getroffen wo halt sich die heiße Seite trifft und dann halt die Geschichte die ist dass ihr dann halt für Wohltätigkeitswecke einfach spendet sie hat sich dann auch in der Folge so ein bisschen um dich gekümmert so Trost gespendet viel geredet mit dir und nun die Bücher sind trotz alledem nicht verloren gegangen weil die halt in einem geheimen Teil waren der doch gut abgeschottet war trotzdem dass das Haus zerstört war weitestgehend so dass du zumindest mal das was dir da an der Stelle noch wichtig erschienen retten konntest und du studierst halt tatsächlich die okkulten Dinge ansonsten lebst du halt quasi von dem Arbe deiner Familie deine Eltern waren halt doch auch sehr reich also dass du dir eigentlich nicht um eine reiche alte Kaufmannsfamilie genau so dass du dir halt nicht jetzt unbedingt um finanzielle Sorgen dich kümmern musst anders bei der lieben Rebecca die eigentlich immer klamm ist erzähl doch mal wie es bei dir zu Hause aussieht ja man könnte es auch als einzelner Wohnklo bezeichnen wir wissen ja alle sondern ist kein sehr billiges Pflaster nennen sie es mal so das einzig wirklich abgetrennte ist das Badezimmer ansonsten kleine Kochnische in dem Einzimmer Apartment nicht wirklich aber in der Einzimmerwohnung Couch ist so eine Ausziehcouch die man in einem Bett machen kann ein kleiner Fernseher ist dabei mein Computer mit dem ich arbeite steht auf dem Tisch den man sich hinstellen kann ansonsten ja recht klein aber ich versuche es ordentlich zu halten und ja eigentlich ist es ganz schnuckelig irgendwie kommt es mir vor als wohnst du ähnlich beschissen wie ein russischer Privatdetektiv nur etwas nur etwas die modernere Variante ja gut sie ist eh viel unterwegs auf Reisen was ich aber sehr sehr gerne habe das ist mein mein Teekessel den ich von meiner Oma habe mit Blümchenmuster so natürlich noch so richtig mit Teestein drin so wie es es gehört niemals richtig auswaschen sondern das ist so das Aroma was da reingehört irgendwann braucht man gar keine Teetblätter mehr also was man aus Teetblättern liest ist doch sowieso nur Blödsinn das kennen wir doch aus verschiedenen Filmen oder ja genau also ich heiße ja nicht Trelawney also ja gut anders wohnt die liebe Barbara wie wohnt denn die Barbara ja da ich ja von dem er bei meiner Familie lebe ich weiß nicht ob ich das Haus wieder aufgebaut habe das kommt darauf an wie sehr es zerstört war nee es war schon ziemlich zerstört und dann werde ich mir ein neues gesucht haben meine Bibliothek dahin umgefrachtet haben und ich werde auf jeden Fall mehr Platz haben als die liebe Rebecca größere Räume mehr Räume und natürlich auch eine Garage wo ich mein Auto parke und der größte mehr Räume ja lass mich doch ein bisschen dezent bleiben das wusste jeder wissen wie viel Geld ich habe ja mehrere Autos und der größte Raum der größte Raum ist meiner Bibliothek meine Bücher war ja nicht einmal meine Bücher habe ich gehört Thali wie wohnt in der ehrenwerte Referent wenn ich in die Kaserne zurückkehren durfte wohne ich in der Kaserne habe aber dann als Offizier das Privileg eine Einzelstube nun du hast aber eine eigene Wohnung ah ja ok ja dann ja lass es eine zwei oder Max ne zwei Zimmerwohnung ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und eine Küche ein Bad mit Dusche und Keramik und damit hat sich das eigentlich auch schon wieder ich habe halt ja aus der Zeit als Reverend halt noch so eine kleine Ecke wo ich halt mein ganzes Material stehen habe in Anführungszeichen äh ja habe ich ein paar Kerzen stehen eine Bibel dort liegen wie so ein kleiner Altar mir aufgebaut wo ich halt abends davor beten kann und morgens aber das ist inzwischen ein bisschen eingestaunt ansonsten sitze ich aktuell wenn ich nicht auf dem Skistand bin weil ich bin ja immer noch offiziell äh beim Stratenjad untergebracht wenn ich nicht auf dem Skistand bin dann äh sitze ich wahrscheinlich zu Hause äh und lese mein Fernseher ist mir zu blöd gut so es ging so um zwei drei Wochen ins Land und ihr hattet zur letzten Auftrag wo ihr in Kornwell also im Südwesten England äh Vorgänge untersuchen solltet wo angeblich ein Poltergeist gesichtet worden sei wurde halt eine Meldung gemacht ihr seid da hingefahren dieser Poltergeist hat sich dann als Marder entpuppt also Fehlalarm letztendlich und so seid ihr zurückgekommen also wenige dass euch dieser Fehlalarm jetzt genervt hätte das kommt halt vor und besser mal nachgucken uns ist nichts euch hat eher dieser Stau dann genau also zurückgefahren seit über die Autobahn und so kommt ihr nachts um 21 Uhr bei Scotland Yard an 21 Uhr der ist gefahren wahrscheinlich ja oder ich whoever gewurscht ah du okay ich bin ja auf meinem Blog am schreiben gut ihr seid bei Scotland Yard in der Tiefgarage angekommen und üblicherweise wird erwartet dass ihr Bericht erstattet also was ihr festgestellt habt dass der Sir Paul fast immer anwesend ist oder anwesend zu sein scheint also Fakt ist ihr kommt hoch und ihr merkt dass er quasi noch in seinem Büro ist wäre er nur nachts da könnte man glatt meinen er sei ein Vampir er ist halt tagsüber da definitiv ja das wissen wir wir waren um halb öf das erste Mal bei ihm ja gut das ist ja jetzt ein paar Wochen später ne das ist nicht der gleiche Tag ja das weiß ich aber es war halt am Tag der kein Vampir sein kann es gibt ja Leute die arbeiten 16 Stunden am Tag oder so ähnlich genau selber schuld in meinem Kopf heißt es also verheiratet ist er definitiv nicht zumindest nicht mehr nicht mit bei den Arbeitszeiten also ihr wisst es nicht tatsächlich nun gut ich gehe mal davon aus dass er in sein Büro kommt zumindest erstmal nicht im Vorraum ja ja gut Sekretärin ist keine da um diese Uhrzeit nicht die ist zu Hause gut ja tatsächlich Feierabend ja dann klopfen herein ich würde unseren lieben Frederik angucken und aufs Titel deuten also nach dir ich hasse meinen Jungen so schlimm ist es doch gar nicht so schlimm sind wir doch gar nicht du hast den Tag mit zwei wundervollen Namen verbracht und du darfst die Gesellschaft noch etwas länger genießen und ich habe wahrscheinlich auf beiden Ohren Tinnitus ich will dann mit etwas gequältem Gesichtdruck vor den Superintendents salutiere Sir Paul wir melden uns zurück von der Waschmeyerjagd ich freue mich dass sie unbeschadet zurückgekehrt sind da hätten wir auch keinen Schaden nehmen können Sir Paul Handschuhe wären schon praktisch gewesen also so dicke Handschuhe wenn es dann genau dafür definitiv also es hört sich nach dem Fail-Alarm an definitiv das war ein verdammter Marder jetzt darf ich mir irgendwas für morgen aus den Fingern saugen das wird dir doch nicht schwer fallen na gut wie wäre es denn wenn sie mal ausnahmsweise bei der Wahrheit bleiben das glaubt doch keiner von meinen Lesern nun gut dann war es vielleicht das schreiben sie halt ein Poltergeist wurde gesichtet ja ich werde mir irgendeine alte Jungfer ausdenken die oben auf dem Dachboden gestorben ist vielleicht finde ich sogar eine mal gucken nun gut ich soll sie übrigens grüßen Mr. Huxley hat angerufen und hat seine Hilfe angeboten also wenn sie Hilfe bräuchten könnten sie ihn gerne kontaktieren und an der Stelle mache ich kurz was zur Erklärung ihr habt tatsächlich künftig die Möglichkeit bei Herausforderungen auf Geist und Nachforschung den Huxley anzurufen kostet euch einen sogenannten Erzählspieler Punkt das heißt ich kriege dann die Möglichkeit euch zu ärgern ich habe übrigens aktuell einen ich gucke genau das stimmt sogar oder ihr könnt natürlich wenn ihr mal weiter wisst das ist einfach eine Regelerklärung Geistesblitz einfach einsetzen wenn ihr sagt okay wir wissen es nicht Geistesblitz dann erzähle ich euch helfe ich euch ein bisschen vielleicht tue ich das auch mal wenn ihr mich nicht fragt je nachdem um die Story einfach voranzutreiben dafür kriege ich einen Erzählspieler Punkt und das heißt den darf ich später mal einsetzen um euch dann wiederum etwas des Lebens schwerer zu machen Fakt ist dieser Huxley hat das wisst ihr eine gute Bibliothek also locker ähnlich so gut sortiert wie deine was auch so über die die Bücher gesehen dass er teilweise auch andere Titel hat und das durchaus ein sehr interessanter nützlicher Kontakt für euch ist ähm und ja Mr. Huxley war Gentleman so dann wenn ich bei einem Mann sein ist das auch nicht anders erwartet gut jetzt muss ich ein bisschen vorlesen das wird ein bisschen eklig für mich ich weiß sie haben ein paar anstrengende Tage hinter sich aber ich habe da eine weitere Aufgabe für sie John Sinclair ist vor drei Wochen aus Deutschland zurückgekehrt er war dort den schwarzen Tod äh zu Moment aus einem Paul äh guckt ein bisschen pikiert Bordell äh Sex äh war in einem Sexschluss so okay wo nun äh er war damals mit Will Malmann unterwegs und untersuchte das Verschwinden von mehreren Personen die letztendlich wieder aufgetaucht sind und alle geistig verwirrt waren und von äh Dämonen Teufel Satan gesprochen haben doch lesen sie bitte selbst kundig kurz was frei ich habe hier den Bericht von Oberinspektor Sinclair für Sie machst du es dann fest Max dann würde ich vorlesen schon erledigt gut ähm Bericht von Oberinspektor John Sinclair Akte 0007 gegen 9.30 Uhr erhielt ich in meiner Wohnung den dringenden Anruf des des deutschen Kollegen Will Malmann vom Bundeskriminalamt der die Unterstützung des Jats erbart Kommissar Malmann unterrichtete mich detailliert über seinen Fall im was in Spessart Spessart ach im Spessart Dankeschön waren im Laufe der letzten Wochen fünf verwirrte orientierungslose Männer gefunden worden alle sprachen vom Bösen der Hölle von Teufeln schönen Mädchen einem Schloss im Wald und was mich besonders alarmierte einem Tod in Schwarz wie den vorangegangenen Fallakten zu entnehmen ist war die Hölle in den letzten Wochen sehr aktiv ich hatte herausgefunden dass Satan die Ankunft eines übermächtigen Dämons des schwarzen Todes vorbereitet dessen Wiedergeburt auf Erden sogar in uralten Schriftrollen vorhergesagt wird aus den Informationen die mir Kommissar Malmann gegeben hatte war zu entnehmen dass die Hölle nun in Deutschland aktiv geworden war danke nach Rücksprache mit Superintendent Paul entschloss ich mich umgehend in die Bundesrepublik Deutschlands zu reisen in Deutschland begaben Kommissar Malmann und ich uns zur Familie von Paul Brandner einem der orientierungslosen Opfer der Kommissar Malmann vor das Auto gelaufen war die Familien der Opfer hatten bei der Befragung durch die Polizei angegeben dass ihnen vorab keine Veränderung der Persönlichkeit aufgefallen sei die Diagnose der Ärzte darunter der renommierte Mediziner Dr. Schneider städtisches Krankenhaus Aschaffenburg lautete auf endogene Psychose bei der die Patienten nicht mehr in der Lage seien sich selbst zu versorgen die Ärzte gaben des Weiteren an dass die Männer nicht verwahrlost gewesen seien woraus sie schlossen dass ihr Zustand erst seit kurzem bestand Mediziner prognostizierten außerdem dass es sich bei dem bei dem rapiden Persönlichkeitsverfall um eine irreversible Schädigung handele ach Gott Moment einmal Stimme soll ich das weitermachen? geht schon ähm gegen 17 Uhr erreichten wir das Haus der Familie Brandner in einem Fort von Würzburg der Sohn Ralf Brandner gab bei der folgenden Befragung an dass es sich den Zustand seines Vaters nicht erklären könne sich aber auch selten zu Hause aufhalte Frau Brandner gab eheliche Probleme zu sie wisse nicht was ihr Mann am vergangenen Abend in Spessart unternommen hatte im Brandners Arbeitszimmer fand Kommissar Mermann einen Flyer des ach du Schande hier bitte Dame einfügen Chateau d'Amour danke Chateau d'Amour Beweis Stück A anliegend auf dem Flyer steht zu lesen Tadi bitte nochmal Chateau d'Amour egal Lassen Sie sich auf ein Märchenschloss im Wald entführen von wunderschönen Mädchen darauf warten wo wunderschöne Mädchen darauf warten ihre Träume wahr werden zu lassen nur für Mitglieder Diskretion garantiert als Bordellbesitzer ermittelte Kommissar Mermann später einen Jürgen Klein geboren 1965 in Offenbach keine Vorstrafen genauere Recherchen ergab jedoch dass Klein bereits vor 6 Monaten tödlich verunglückt war und die Angaben über den Bordellbesitzer offensichtlich gefälscht sein mussten Tali magst du weiterlesen Kommissar Mermann und ich beschlossen noch am gleichen Abend das Schloss in Spessart aufzusuchen auf dem Weg dorthin vernahm wir im Wald mehrere Schüsse und Kampfgeräusche mir war sofort klar dass es dumpfe Knurren zu einem Wehrwolf gehörte es gelang mir durch schnellen Zugriff die Kreatur mit einer Silberkugel zu verwunden und damit das Opfer zu retten dieses stellte sich als Ralf Brandner heraus Brandner stand offensichtlich unter Schock der nicht fassen konnte dass der Wehrwolf durch ein ganzes Magazin seiner eigenen Waffe nicht verwundet werden konnte er attackierte Mermann und mich und entwendete mir meine Barretta aus der er mehrere Schüsse auf den verwundeten Wehrwolf abgab dieser verwandelte sich im Sterben in eine junge Frau was Brandner vollends aus der Fassung brachte Brandner rannte mit meiner Waffe in der Hand davon wir versuchten ihm zu folgen verloren im Nebel jedoch seine Spur gegen 23 Uhr erreichten wir das Chateau das Chateau wo man uns gegen die gegen die Aufnahmegebühr von 2000 Euro pro Person einließ man stellte uns Carla dem Graf den Chef des Etablissements vor an der Bar führte die exotische Tänzerin Fatima einen Schlangentanz auf und lehrte sich mir ihr Gesicht war nur wenige Zentimeter von meinem entfernt als ich zwischen ihren Zähnen eine kleine schwarze Schlange entdeckte instinktiv eliminierte ich die Gefahr indem ich die Frau niederschlug meine unüberlegte Handlung rief Carla auf den Plan der uns des Chateaus verweisen wollte während wir noch mit Carla diskutierten gellte ein schriller Schrei durch den Salon auf der Treppe nach oben entdeckte ich Ralf Brandner mit einer Axt in der Brust hinter ihm sah ich ein furchtbar entstelltes Wesen eine Hexe während sich Kommissar Mallmann um Carla kümmerte stellte ich die Hexe im ersten Stock sie drohte mir bei ihrer Festnahme mit der Ankunft eines so wörtlich Superdämons er werde die Welt beherrschen und uns strafen zurück im Salon musste ich feststellen dass Carla Kommissar Mallmann überwältigt und in den sogenannten Partykeller gebracht hatte meine Tarnung war offenbar aufgeflogen denn Carla überraschte mich mit den Worten ich hätte es mir denken können der Name ist John Sinclair der Sohn des Lichtes der beinahe unseren gesamten Nachwuchs verschlissen hätte meine Versuche meine Versuche den Diener des Bösen zur Herausgabe von Mallmann zu zwingen scheiterten und wurden mit Blitzstrahlen aus seinen bloßen Händen quittiert die die festgenommene Hexe töteten augenscheinlich die Strafe für ihr versag Carla brachte mich in den Keller und sagte mir dass ich und Kommissar Mallmann die letzten beiden Opfer des schwarzen Todes sein und er uns ohne Gesicht und Verstand zurücklassen würde wenn er mit uns fertig sei Im Keller angekommen fand ich in der Dunkelheit Kommissar Mallmann der glücklicherweise unverletzt war wir hörten lockende Rufe welche langsam näher kamen wir konnten nicht sehen bis plötzlich zwei rotglühende Punkte in unmittelbarer Nähe zu uns in der Dunkelheit ja in unmittelbarer Nähe zu uns in der Dunkelheit erschienen in diesem Moment riss ich mein Hemd auf und entblößte das Kreuz auf meiner Brust welches sofort und so stark wie noch nie zuvor reagierte im Licht des Kreuzes sah ich ein gigantisches tiefschwarzes Skelett welches vor meinem Kreuz zurückbieg und wild um sich schlug Kommissar Mallmann und ich entschlossen uns zur Flucht weil es uns bewusst wurde dass der Dämon das gesamte Gebäude zum Einsturz bringen würde Carla rammte mit den Worten nimm mich ich bin mehr wert als 100 Menschen an uns vorbei und opferte sich dem schwarzen Tod Kommissar Mallmann und ich konnten uns in letzter Sekunde in Sicherheit bringen vor dem Chateau das kurz nachdem wir es verlassen hatten einstürzte sahen wir wie der schwarze Tod ebenfalls entkommen konnte so jetzt müsste ich wieder zu sehen sein nun das sind die Ereignisse wie sie eben dem Roman das Horrorschloss im Spessart vorgekommen sind ein original John Sinclair Roman nun wir dachten der Fall wäre damit zu Ende doch nun ist eine weitere verwirrte Person drei Wochen nach den Vorgängen aufgetaucht nun es wäre die Vermutung ob es sich um ein Opfer von damals handelt allerdings sieht er nicht allzu verwahrlost aus aktuell befindet er sich im Krankenhaus in Aschaffenburg und Kommissar Mallmann bat mich um Unterstützung nun ich würde ja John Sinclair wieder nach Deutschland schicken allerdings ist er zur Zeit in China unterwegs und ich müsste sie bitten morgen früh nach Frankfurt zu fliegen Miss Perkins war so nett und hat schon die Flugkarten für sie gebucht und ich würde sie bitten morgen früh um 9 Uhr den Flieger von Hietfrau nach Frankfurt zu nehmen verstanden haben sie noch Fragen bis aufs weitere keine Nein Brauchen wir spezielle Bewaffnung für diesen Auftrag Ich denke mal die übliche Bewaffnung an dieser Stelle könnt ihr weil es das Erlebnis erlaubt für ein bis drei Erzählspielpunkte ein magisches Artefakt zusätzlich zu eurer bisherigen Bewaffnung dazunehmen es empfiehlt sich im Moment den Fingerknöchel den ihr natürlich damals nach dem Abenteuer abgegeben habt weil alles was ihr findet ist natürlich Eigentum von Scott and Yard und wird dort natürlich drin auch untersucht wenn es was Neues ist wie die Knochendäuche wie dieses Fingerknöchelchen ihr hättet im Moment noch zur Auswahl des Siegel des Hexenjägers ihr hättet noch zur Auswahl ja den Fingerknöchel also zwei Artefakte könnte man euch zur Verfügung stellen hier noch mehr noch mehr Möglichkeiten geben im Leben nicht was ich mir quasi auf dem Wurm geschrieben habe hast du präsent du hast die Träne des Propheten genau gut war nur kurz eine Frage ja ich weiß was du hast ich habe ja mit dir den Charakter erstellt ja ja ihr habt jetzt einfach noch die Möglichkeit ein zusätzliches Artefakt zu kriegen das ihr nicht mit Abenteuerpunkten bezahlen müsst das ihr allerdings auch nur für dieses Abenteuer dann kriegt quasi einfach auch so als zusätzliches Bonbon das Abenteuer sieht es vor ihr würdet für das Siegel des Hexen also für das von Hektar du Voila das Fügelknöchel würdet ihr quasi einen Erzählspielpunkt geben ihr wisst nicht genau was es kann außer dass es Licht erzeugt scheinbar was immer das für ein Licht ist was immer das bewirkt wir können aber auch sagen wir sind so gut bewaffnet und gerüstet es reicht uns und wir geben dem lieben Spielleiter nicht noch mehr Möglichkeiten was das bringen würde wäre ja das Siegel des Hexenjägers weil es geht ja augenscheinlich um auch noch teilweise um Hexen Nachteil so wie ich dich kenne kostet das drei Erzählspielpunkte das Siegel des Hexenjägers Sekunde ich gucke nach was es kostet das Siegel des Hexenjägers wir hatten ja damals gesprochen dass das für dich interessant war ja das Siegel des Hexenjägers kostet 110 Punkte und wären definitiv drei Erzählspielpunkte und es bringt halt einfach auf Seele plus Willenskraft einfach einen Bonus den habe ich aber auch du gibst einen Schicksalspunkt aus und kriegst dann halt bei Angriffen die auf Seele gehen Seele und Willenskraft einfach einen Bonus dazu das kann dir schon mal durchaus weiterhelfen ich habe aber auch du kannst alle Würfel neu würfeln also wenn du einen schlechten Würfel hattest kannst du sagen ich wirfe mal komplett neu und hoffe dann auf ein besseres Ergebnis ihr könnt es natürlich auch lassen ihr müsst es nicht nehmen das ist einfach nur ein Angebot dazu zu sagen ich habe Seele 4 Willenskraft 1 und ich habe mein einfaches Kreuz das mir da auch nochmal plus 1 drauf gibt ja gut wenn du sagst es reicht mir dann ist es in Ordnung dann übergeben wir das ich habe effektiv ich brauche kein ich überlege ob sich das was es erzeugt nur Licht das ist das was wir bisher wissen richtig richtig genau du weißt was du in der Zwischenzeit herausgefunden hast ist es dass es einfach ein Großmeister des Templerordens war ja ja ich kenne Namen ach hast vielleicht noch ältere Namen Romane noch gelesen also doch ein sehr starkes Artefakt beziehungsweise dieses Skelett in der Serie lebt dieses Skelett tatsächlich auch also das ist durchaus belebt und nicht böse also es ist tatsächlich gut und war selber Träger des Kreuzes von John Sinclair unter anderem in der Vergangenheit er hat es ihm übergeben Vorfahr von ihm ja das hat halt seine Reise genommen zumindest wir sollen quasi wir treffen wahrscheinlich irgendwann auf den schwarzen Tod ich bin ehrlich gesagt schon dafür dass wir den Fingerknüschel mitnehmen ja nämlich mit wie du baust bringt er also außer dass ich ihn sowieso mitnehmen möchte bringt er mir irgendwelche Vorteile außer dass ich weiß dass er halt Licht hat und wie alt er ist äh du weißt es noch nicht du kannst ja mal mach doch mal einen Würf auf Geist und Okkultismus ach Gott wir haben ja vorhin bei der Probe gesehen wie sehr mich diese blöden Dinger mögen das war das Geist und Okkultismus ja die na na naja das ist doch nicht schlecht na gut also mit dem Zweiten würde es also sagen dass das aufgrund des Lichtes vielleicht wirksam sein könnte gegen Wesen die gegen Licht oder gegen Sonnenlicht vielleicht empfindlich sind wie zum Beispiel bei diesem Hund hätte es vielleicht wirken können oder vielleicht wäre es auch ein Versuch wert mal gegen Vampire damit zu kämpfen du weißt zwar nicht was es bewirkt aber du könntest dir vorstellen dass das da an der Stelle vielleicht hilft doch ich nehme es mit ok ich würde mich ähm quasi gerade mal an Barbara wenden und fragen sag mal wie empfindlich sind der Boden gegen Salz Meister wie empfindlich der Boden gegen Salz wie zum Universum gar nicht nicht dass ich wüsste ich würde den Kopf schütteln Salz normales Kochsalz wenn es geweintes Kochsalz vielleicht wäre aber man kann es auch gleich bei Wasser nehmen das würde ich auch so sarkastisch sagen geweintes Knudelwasser es würde ich jetzt auch tatsächlich so sarkastisch sagen also wenn du es weihen würdest dann wäre es nützlich ansonsten rate ich dir nicht dazu bewirb sie mit einer heiligen Flasche Selters das sagt jetzt übrigens tatsächlich mein äh mein Reverend weil der hat sich so in der letzten Zeit wo er was er da alles gesehen hat ein bisschen arg viel Zynismus angewöhnt dann duzen wir uns mittlerweile untereinander oder sitzen wir uns noch ich habe jetzt gerade geduzt aber duzen ne wegen mir ist in Ordnung gut dann würde ich unseren lieben Frederik angucken und meinen dann kannst du auch Nudelwasser nehmen es ist das gleiche es hat denselben Effekt gar keine oder wir nehmen Sexpacker das ist der welche von uns wer kennt sich besser mit den Sachen aus ich schreibe nur auf hast du Theologie studiert kennst du dich mit Okkultismus aus ich nehme das den Fingerknöschel weg das heißt ich habe jetzt noch ein weniger von den Schicksalspunkten äh Dingspunkten wie heißen sie ähm ne 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 ich habe einen Erzählspielpunkt gekriegt das kostet sich gar nichts das kostet euch als Gruppe was aber das habe ich mir schon gut geschrieben Erzählspielpunkt ja ich schreibe mir das nur auf damit ich weiß dass das Spaß gekostet hat das ist eine ihr werdet mich machen es kostet sich im Moment gar nichts wenn du es später haben willst kostet sich 35 Punkte so viel kann ich dir jetzt schon sagen aber im Moment kostet es dich nichts nur wenn du es im nächsten Abenteuer mitnehmen willst also für dieses Abenteuer habt ihr das quasi kostenfrei mit dabei mein Gott dafür spielen wir doch oder ja ich kann euch den Rat geben ich kann euch den Rat geben jetzt mal OT gesprochen spart nicht mit euren Schicksalspunkten spart nicht damit dafür sind sie darum ausgegeben zu werden nun nachdem ihr euch den Bericht durchgelesen habt an Sir Paul keine Fragen mehr hattet wollt ihr noch ein bisschen recherchen machen irgendwie Google Google View oder sowas zu gucken irgendwas zu Google beispielsweise oder habt ihr dann geht ihr nach Hause ich weiß nicht was ich würde die anderen weil erstmal fragen was macht ihr mit dem Rest des Abends oder der Nacht also auf alle Fälle werde ich mir mich ein bisschen über Schaffenbuch schlau machen das habe ich auch vor ein Wörterbuch suchen ja wie gesagt einfach Recherchen über die Regionen einstellen wo wir hinfahren die es da gibt die es da gibt oder die in aller Fälle von Verschwundenheit oder Wahnsinn in verschiedenen Familien gucken ob ich da irgendwas rausfinde dritte Frage von mir kann mein Charakter Deutsch? ich denke mal gut du bist gebürtet du bist gebürtet würde ich mal sagen gut ich denke mal dass auch die Reporterin durchaus vielleicht Deutsch kann also es wird an der Highschool als Fach unterrichtet du kannst es halt nur noch ich glaube Kajan oder so wieder abwählen das ist die Frage was hat dein Charakter gemacht? Würfel ist aus zur Not Französisch oder Deutsch was hat sie genommen? sie hat Deutsch genommen so lieber Referat wie sieht es mit dir aus? ich kann kein Deutsch okay gut muss ich aber auch ich spreche eh nicht viel ja das ist auch das du sprichst die gar nicht dabei leitest du das auch noch tja ja ich muss ja nur mit euch reden das wichtigste ist stopp ducken Klappe halten ja gut dann würfel doch 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 so dargestellt mit Hand heben Faust runter das bringe ich das probieren wir ein paar Mal aus bis ihr das drauf habt und dann passt das wir können uns ganz in Ruhe auf Deutsch unterhalten und er kriegt sich es wird aber ein bisschen eingeroßtet weil wir sein ne? ja das ist schon klar was sollen wir würfeln? Geist und Nachforschung bitte alle die nachforschen wollen will ich nicht ja es ist zumindest besser als das was ich als allererstes gehört habe das ist eine 5 bei ja gut also während wohl die Barbara ja schon ein bisschen was rauskriegt scheint es einfach aufgrund der beruflichen Erfahrungen Rebecca ein bisschen besser geschafft zu haben so auf Google Earth zeigt sich der Spessart als bewaldete Hügellandschaft die westlich von Frankfurt und Erschaffenbrück liegt jeder Erdkundelehrer würde sich bei dieser Einschätzung erbinden und 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 den Merkspruch Kinzig sind und mein schließen den Spessart ein also muss es wohl einen Spruch geben das würde euch aufsagen aber es sollte doch reichen diesen Flecken Deutschlands zu finden also ihr habt das ja jetzt mal auf Google Earth wo ist denn die Gegend wie sieht es denn aus was gibt es denn Ortschaften drumherum das hat auch die Barbara noch hingekriegt doch die liebe Rebecca hat noch rausgefunden das von Paul erwähnte Schloss existiert nicht zumindest nicht in der digitalen Welt des Internets lange Zeit war das Spessart ein unbewaldetes kaiserliches Jagdgebiet doch kaiserliches Jagdgebiet erst ab dem 12. Jahrhundert gestattenen die Landesherren das waren die Mainzer Erzbischöfe die Erschließung also erst im 12. Jahrhundert wurde das erschlossene Vorwart quasi Wald das hast du noch herausgekriegt du hast also ein bisschen mehr über den geschichtlichen Hintergrund herausgefunden und das war es also ihr habt so ein bisschen die Region sehr ländlich sehr waldig hügelig Gesundheit Danke ich hoffe ich war schnell genug Nein und ja ich denke mal ihr werdet dann irgendwann mal zu Bett gehen denn am nächsten Morgen fliegt der Flieger 9 Uhr eigentlich fährt er nicht er fliegt doch wozu gibt es schwarzen Tee also wirklich Nun gut also am anderen Tag fliegt ihr gut der Flug ist kurz Stunde vielleicht und ihr ihr landet in Frankfurt eure Ausrüstung habt ihr natürlich aufgegeben also ihr habt ihr nicht ein Wort mitgenommen direkt sondern halt als es wurde als Reisegepäck Spezialgepäck quasi aufgegeben Diplomatengepäck ja so auf die Art wobei ihr nicht als Diplomaten reist ihr reist ganz normal an Bord passiert auch nichts großartiges auf dem Flug Economy Class so wie ganz normale Touristen oder Fluggäste kommt ja auch kommt jetzt quasi am Economy ganz normale Economy wenn du nichts nicht hörst Glas und so weiter anders als es die Barbara sonst gewohnt ist für mich ist das der ultimative Luxus ich werde normalerweise mit der Transall abgesetzt so auf die Art für die eine ist es nicht so gut und für die andere ist es Luxus tatsächlich außer dass die Sitze halt ein bisschen eng sind nun gut aber es dauerte ja auch nur eine Stunde und wie gesagt ihr seid auf dem Weg zu den Gepäckbändern wie die Ganten Wind und ganz normale Reisende eben auch ihr sammelt eure Taschen ein auch euer Spezialgepäck kommt da dann an beziehungsweise kommt da nicht an ihr werdet dann abgefangen von einem Grenzpolizisten da fischt euch raus und so werdet ihr dann quasi so durch die eingeweihte des Frankfurter Flughafens geleitet so durch diverse Gänge und an Büros vorbei ziemlich karg eingerichtet und dann geht es für euch in ein Büro wo dann quasi ihr euer Spezialgepäck erhaltet bis ihr dann auch direkt öffnet und nachguckt ob noch alles da ist und klar natürlich eure Waffen hauptsächlich die Pistolen die Armbrust und der Grenzpolizist guckt euch da ein bisschen schief an es sieht ja so aus als wenn sie in den Krieg ziehen wollten ich verstehe nicht ich würde Rebecca angucken ähm jetzt muss ich die O-Tür kurz verliegen ja genau deshalb gucke ich dich auch an ähm O-T würde O-T würde ich jetzt quasi wahrscheinlich sagen ich besuche meine Schwiegereltern aber ich glaube das ist nicht so gut wir können ihm da werden die Warten nicht sagen können ähm was wollen wir ihm sagen ähm wir können ihm doch sagen dass wir im Auftrag von Scotland Yard unterwegs sind stimmt das können wir ganz offen sagen wer hat ihn noch dazu interessieren so würde ich es nicht bezeichnen wir sind im Auftrag von Scotland Yard unterwegs ah ok also Kollegen aus England quasi ja währenddessen währenddessen während sie das sagt äh habe ich meine Armbrust rausgenommen mal aufgeklappt äh Bolzen eingelegt geguckt ob der Mechanismus äh funktioniert also Frederik 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 sofort wir uns eigentlich wechseln lass das Bette besser hier mit militärischer Prezision er guckt dich er guckt dich also ziemlich schief an ihr Freund scheint es ja ziemlich fortkart zu sein aber dafür im Umgang mit der Waffe dann doch schon wieder das Ding dann wieder das Ding dann wieder einmal durchladen gucken dass alles funktioniert wieder entladen dabei irgendwelche lateinischen Litaneien murmeln und nachdem alles nachdem alles zu meiner Zufriedenheit funktioniert zusammenklappen in die Kiste zurück und zufrieden lächeln also er guckt er guckt ihn so ganz schief an also der redet wohl nicht viel nein nicht nicht unbedingt aber das macht er nicht so kann er auch weniger Blödsinn reden er versteht sich das ist das Schöne aber er ist sehr fähig damit da haben sie recht ein Mann der Tat nun gut ein gewisser Kommissar Malmann vom BKA erwartet sie das ist sehr gut wollen sie mir bitte den wollen wir ja ich packe mir meine Sachen und wird quasi Frederik so zunicken so nach dem Motto komm mit und losziehen ja wo habe ich mal gehört dass die Kommando hätte Apropos euch wurde mitgeteilt noch von Paul am Abend zuvor dass ihr in Deutschland quasi keine Polizeigewalt habt also wenn dann müsst ihr quasi auf die die Unterstützung der deutschen Kollegen hoffen weil ihr offiziell natürlich nur in England Großbritannien als Polizisten gehältet beziehungsweise vor allem euer Frederik weil ihr seid ja eher sag ich mal freischaffende Künstler für den Yard also wenn dann hat dieser besser freischaffende Künstler als so ein komischer Priester Freelancer für den Yard na gut er hat in der Zwischenzeit natürlich auch ein bisschen Polizeirecht nochmal nachgebüffelt da habt ihr auch noch ein bisschen recherchiert und geguckt dass ihr einfach da was ihr an Rechten habt und so weiter und dann geleitet er euch in den Raum und euch ja gucken wir mittleren Alters an ach ihr seid die Neuen wo sind denn John und Zuko mit einem Fall betreut ach mal wieder unterwegs nun gut Zeit rum ich denke wir können gut zusammenarbeiten schätze ich mal wenn ich einfach will Malmann vom BKR und ihr Barbara stellt die Fragen dann auch noch auf Englisch ach schade sonst hätte ich gesagt what does he say na gut nachdem was du gesagt hast sprich damit ihr auf Englisch ach ihr Kollege kann kein Deutsch leider nicht in der Tat nicht nein also er unterhält sich jetzt mit dir in Englisch und quasi ich meine du wirst Sachen wie Danke bitte und Guten Tag das wirst du natürlich auch können aber damit war es auch schon vielleicht so ein paar rudimentäre Sachen ja gut also sie sind über den sie sind über den Fall informiert also er spricht jetzt halt tatsächlich in Englisch mit euch weil halt damit halt alle verstehen um was es geht vorher würde ich mich halt auch noch mal als Rebecca Fitzgerald vorstellen so weit bisher ja wir haben den Bericht vom letzten Mal vorliegen nun gut ja wir dachten ja es sei alles erledigt aber scheinbar wohl doch nicht also vor kurzem also vor ein paar Tagen ist noch eine verwirrte Person im Schattenbachtal aufgefunden worden von zwei von zwei nun ich bin mir jetzt nicht sicher ob diese Person noch von dem damaligen Fall her stammt oder ob das ein neuer Fall ist naja da sie anscheinend nicht besonders verwahrlost ist müsste man ja eigentlich davon ausgehen dass es sich leider um eine Wiederholung handelt von daher oder um eine Weiterführung mit gewissem Zeitabstand deshalb habe ich ja auch Hilfe angefordert vor allem da der schwarze Tod vor allem da der schwarze Tod ja auch entkommen konnte jetzt da Entschuldigung das beißt sich so ein bisschen auf die Zähne leider wir machen alle einmal Fehler man kann sie auch wieder beheben exakt genau dafür sind wir da ich näge zustimmt Mr. Malmann Sie wissen wie man diesem Wesen beikommt welchem Wesen den schwarzen Tod ok nun wissen tue ich es auch nicht damals hat wohl das Kreuz von von John geholfen und den schwarzen Tod scheinbar vertrieben aber mehr weiß ich leider auch nicht dieser Trump fehlt Nun gut lässt sich leider nicht ändern aber wer weiß vielleicht hat es ja auch gar nichts es ist kein aktueller Fall sondern es ist einfach nur so ein Rest ich denke wir sollten halt die Vorgänge untersuchen Also wir sind zum Aufräumen geschickt worden Gut das sagen Sie ich weiß es nicht es kann ja auch sein dass es gar nichts bedeutet und es einfach nur ein bedauerliches Opfer vom letzten Mal ist aber leider kam ich nicht noch bisher noch nicht dazu das näher zu untersuchen hoffentlich Wenn wir uns darum kümmern Nun Habt ihr noch irgendwelche Fragen wollt ihr einen Geistesblitz einsetzen oder noch ein bisschen überlegen Habt ihr noch eine Idee Leute Oti ob man fragen könnte mir fällt nämlich gerade auch nichts ein Was vom Schloss übrig ist Genau was zum Schloss übrig ist stimmt und wie man da am schnellsten hinkommt Okay Nun ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen das Schloss ja seit damals viel zerstört war aber ich war seither nicht mehr dort gut und den Weg klar ich begleite sie dahin dann die Frage das Kreuz hat den schwarzen Tod damals zurückschrecken lassen Nun scheinbar ja Ich kann ja rein so viel schalten hoffe ich zumindest mal dass das Kreuz das durch seinen Lichteffekt gemacht hat kann ich dann rückschließen dass vielleicht dieser Fingerknochen einen ähnlichen vielleicht abgeschwächteren Effekt hat und ihm das mitteilen dass wir dieses Artefakt dabei haben Nun ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen aber ein Versuch wäre sicherlich wert Wäre nicht falsch ich denke mal schaden kann es nicht aber nun wie sie vielleicht mittlerweile wissen sollten ist das Kreuz von John eine sehr wertvolle alte biblische Waffe hergestellt von Hesekiel in babylonischer Gefangenheit also sie können sich vorstellen das Kreuz ist über zweieinhalb tausend Jahre alt ich weiß und ein mächtiges Artefakt nun ich weiß es nicht darum habe ich von einem abgeschwächten Effekt gesprochen nun könnte helfen da ich seit mir bisher nicht bekannt ist dass John erneut Kontakt hatte kann ich natürlich nichts zu sagen aber man sollte ihn sicherlich nicht unterschätzen weil die Anzeichen waren vorher schon da und die Ankunft eines Superdämons nun es gibt eher Grund zur Sorge in der Zeit haben sie noch Informationen für uns die nicht in dem Polizeibericht standen der uns vorliegt die wichtig sein könnten nicht allzu viel über das neue Opfer ist uns nichts bekannt außer dass wir ihn ins Krankenhaus nach Aschaffenburg haben bringen lassen scheinbar die selten die gleichen Symptome leider haben wir nichts über seine Identität bisher herausfinden können nun und wo er gefunden worden ist hatte ich Ihnen schon gesagt in der Seitenbachschlucht im Spessart im bayerischen Teil des Spessarts und ansonsten fällt mir nicht allzu viel ein ich würde einfach vorschlagen wir untersuchen die einzelnen Orte also einerseits natürlich bietet sich an dass wir nach Aschaffenburg ins Krankenhaus gehen andererseits würde sich anbieten in dieser Seitenbachschlucht Nachforschung anzustellen und wir würden vielleicht ein Besuch des Chateaux der Moor könnte auch noch nicht schaden Übrigens sind sie in einem kleinen Städtchen im Spessart untergebracht dort werden sie übernachten das liegt nämlich in der Nähe des Chateaux der Moor und zwar in Eichtal in einer Pension zu Krug ich denke dass die Nachforschung bis zum späten Abend dauern werden und dann das nachts aus dem Spessart zurückfahren wer weiß also vorsichtshalber habe ich dort schon mal ein Zimmer für sie reserviert aber wir werden nicht ständig mit diesen Booten fahren müssen oder? Ihr werdet nicht fahren müssen mit was? Mit diesen Booten überall Fluss ist Nein 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 Meine Liebe du bist falsch das ist die Spree Stimmt Komplett andere Richtung Ja okay Entschuldigung mein Fehler ich habe es gerade komplett durcheinander gebracht Das ist Berlin und Fluss und das ist Wald Hügel Ja Ich bin von Dings nagelt mich nicht fest das könnte Hessen sein Ist egal wir wissen es grob wo es Jeder Ortskundige wird mich jetzt vielleicht steinigen ich weiß ich so zwischen Hessen und Bayern würde ich jetzt mal tippen aber ja östöstlich von Frankfurt Aschaffenburg gut ihr seid jetzt in Frankfurt Aschaffenburg ist nicht allzu weit ich würde ich würde einfach vorschlagen wir fahren jetzt mal los und scheinen uns dann unterwegs wo wir fahren Das ist eine gute Idee Er begleitet euch oder ihr gebt die mit und kommt dann steigt in den Mini-Van eines deutschen Fabrikats ein Weiß-Grün wahrscheinlich ne 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 ganz normal Silber nix 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 also das ist Kommissar das ist nichts mit grünen Männer oder sowas ganz normal schlicht Silber von außen nicht als Polizei oder zur Kennen ja gut und ihr fahrt halt dann los vom Flughafen er geht dann noch auf eine Raststätte zum Tanken ich weiß nicht wollt ihr noch irgendwie Verpflegung oder sowas einkaufen also Geld soll es nicht machen ich kaufe einen Snickers ich auch Zigaretten na gut also ihr kauft euch ein und als ihr rauskommt merkt ihr dass er am telefonieren ist ach das passt mir jetzt gar nicht aber gut ich komme wir müssen das alleine machen murmel ich den beiden zu war ja wohl klar oder natürlich na klar also nun es tut mir leid ein dringender Fall erfordert meine Aufmerksamkeit ihr müsst alleine los oder sie müssen alleine losgehen ich würde vorschlagen wir treffen uns um 8 Uhr heute Abend zum Krug damit wir dann die weitere vorgängsweise besprechen können wie kommen wir dorthin wo wir hin müssen nun sie können mein Auto haben ich lasse mich abholen gut ich werde ich werde ihnen noch die Routen einprogrammieren die Adressen und das macht er auch im Navi trägt er die Adressen ein damit er die dann findet ich beuge mich ich beuge mich zu Frederik wir fahren hier doch alle auf der falschen Seite das wird schwierig das wird sehr schön Frederik wir kommen in Wald und Wiesenniedel das ist doch hübsch ich wiederhole ich hasse mein Leben wie weit wie weit weiß weiß Barbara dass da es die Wesen ja gibt was sich im Wald so rumtreibt vor allem wenn er so groß angesiedelt ist wie hier ich habe versucht was glaube ich also ihr habt ja genau genau Tadi das ist meine Frage also ihr steht jetzt tatsächlich auch ein bisschen unter Zeitdruck weil es ist jetzt so gegen mittags 12 Uhr ziemlich genau und ihr sollt euch abends um 8 mit ihm treffen ihr habt jetzt mehrere Orte die ihr aufsuchen könnt ihr könnt euch jetzt überlegen Aschaffenburg Krankenhaus ihr könnt euch überlegen wollen wir denn zum Schloss und wollen wir natürlich noch diese Schlucht untersuchen ihr müsst halt bedenken jedes Mal ist circa eine halbe Stunde Wegzeit einzuplanen ich wollte gerade fragen wie weit sind was ist das naheliegendste und wie weit sind diese drei Dinge voneinander immer so circa eine halbe Stunde also ich würde ja zuerst mit dem Opfer reden ja ich nämlich auch also Aschaffenburg ist auch relativ nah da seid ihr eigentlich schon fast ja Max ja bitte erst mit dem Opfer reden ja würde ich auch machen ich würde quasi von der heißesten zur kältesten Spur gehen also Opfer Schlucht Schloss okay dann binden wir Carla Kolumna auf die Motorhaube und lassen sie Richtung schnüffeln gut dass es Carla Kolumna heißt ich würde sagen dann fahren wir als erstes ins Krankenhaus ungut also schnippern meine Zigarette weg weil ich denke mal in diesem Auto darf ich nicht rauchen setz mich hinter das Steuer überleg mir gerade wie die Gänge reingehen und dann mit den beiden Damen losfahren ey das ist verkehrt herum ja gut ist am Anfang für dich ein bisschen ungewohnt immer auf der rechten Spur zu fahren dich zieht es eher nach links rüber aber dann kommen sie von hinten halt mit Lichthupe weil du so langsam fährst du bist es halt aus England gewohnt nicht so schnell zu fahren wenn es in Deutschland halt doch kein Tempolimit gibt und dementsprechend bist du ein bisschen gelauft und fährst dann rechts Fenster runter Hand raus bist du das Wahnsinn okay den Spieler dahinter frage ich das nicht Frederik bist du wahnsinnig wieso denk dran das könnte auch mal ein Polizist sein offiziell sind wir hier keine Polizisten wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ja das heißt nicht dass andere Leute beleidigen darf das heißt nicht dass wir andere Leute beleidigen dürfen vor allen Dingen du nicht und das heißt nicht dass wir jetzt Polizisten angesehen werden wir haben hier keine Polizeigewalt reiß dich ein bisschen zusammen bitte ich hasse mein Leben schau ihn gegen die Schulter schau ihn gegen die Schulter tut mir wahrscheinlich mehr weh als ihm aber egal infinitiv ich würde ihm so ein bisschen die Hand auf die Schulter nehmen vielleicht nutzt dich ja auch wenn ich dir erzähle dass ich gehört habe dass deutsches Bier ganz gut sein soll vor allem nein das sag ich jetzt nicht doch raus damit du hast angefangen hör damit gibt es hier unten nicht so nun gut während ihr euch miteinander unterhaltet verlasst ihr dann irgendwann mal das Autobahnkreuz Aschaffenburg die Autobahn an das Autobahnkreuz Aschaffenburg-Ost fahr die Runde von der A3 nach wenigen Metern erreicht ihr das nach wenigen Minuten erreicht ihr das Klinikum Aschaffenburg das Gebäude ist in den 80ern nach neuesten Gesichtspunkten gebaut worden und so sieht es halt nun aus 30 Jahre später nicht mehr ganz so modern was euch heute auffällt ist als ihr da reinkommt die knappe Begleitung der hübschen Rothagen die euch vor dem geschwungenen Tresen der Rezeption anschaut guten Tag Sie wünschen ich kann kein Deutsch das ist am Mittag einen wunderschönen guten Tag wir sind auf der Suche nach oh Gott wie hieß das Opfer das wurde uns gesagt das wurde euch nicht gesagt aber ich würde ihr habt den Namen des Professors gelesen stimmt ihr würden oh Gott hat sich denn einer von euch notiert nein ich habe gelesen ich habe auch gelesen Moment Professor Schneider hieß der nicht Schneider genau korrekt wir würden gerne mit Professor bitte vorne kurz noch einfügen Schneider sprechen du sprichst mit ihr ich spreche mit ihr ja ok dann wirf doch mal auf Seele plus Charisma das geht doch sowieso schief was war das Seele und Charisma ja die Schwierigkeit ist 2 2 Erfolge brauchst du 3 Stück oder 4 ne die 1 2 reichen die 1 ist für dich uninteressant die ist nur ein Kampf für mich interessant dann habe ich 4 also du setzt dein süßestes Honig lächeln auf mein charmantestes Lächeln genau das charmanteste es reicht gerade so die Kleine legt den Kopf schief limpert mit den Augen mit den langen Wimpern in Richtung des Paters und verzieht die Lippen zu einem äh chemischen Lächeln na gut aber nur weil sie es aber nur weil sie es sind eigentlich möchte Dr. Schneider im Moment nicht gestört werden ich bin übrigens Nina und ja also sie guckt sich den Pater ein bisschen an und die Mädels denken sich hm also man könnte meinen der Pater sei eine Maus und sie eine Katze ich würde so vom Pater zu ihr gucken will wir jetzt Frederik gucken sag mal Frederik möchtest du nicht hier unten bleiben die gute Barbara kassiert einen Todesblick ich würde immer noch so charmant lächeln ich hab das ja nicht böse gesagt sondern möchtest du nicht hier unten bleiben oh Gott wenn Max erstmal hier unten ist bin ich so fällig nun gut sie erklärt euch den Sonnode bleibe ich hier du bleibst da komm mit gut gehen sie bitte in den zweiten Stock Dr. Schneider erwartet sie bereits in seinem Büro also sie hat mit dem kurzen Telefon seitdem sie kurz mit ihm telefoniert und erwartet sie in seinem Büro für die 5 Minuten die wir da brauchen können wir noch kurz Pause einlegen können wir machen die Idee finde ich nicht schlecht danke schön ja ich bin schneller statt mich statt mich für dich und Vielen Dank. 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 Ich würde mich auch wundern, wenn doch. Wie könnte ich auch? Ja, im Prinzip seid ihr seine Schafe, ne? Naja, Schafe. Aber es stimmt, beim letzten Fall hatte liebe Frederik das Wort. Wer hatte das eigentlich jetzt? Ich habe das Gefühl, dass ich das schon wieder irgendwie mache. Ja, da gab es auch noch andere. Ja, da gab es noch andere, ich meine jetzt für uns offiziell. Ja, stimmt. Ja, stimmt, richtig, 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 richtig. Genau. Nun gut, aber auch in Deutschland. Und geht dann in Richtung Fahrstuhl. Und geht dann in Richtung Fahrstuhl. und trete ein, der Raum ist, der Raum ist, der Raum ist, der Raum ist eingerichtet wie ein typisches Arztzimmer mit einer großen Schrankwand, voll dicker Bücher und einem Schreibtisch vor dem hellen Fenster. Ja, der Herr im weißen Kittel blickt auf und erhebt sich. Sie sind die britischen Kollegen von Kommissar Malmann? Ja, das ist richtig, das sind wir. Er streckt euch die Hand entgegen. Ich wechsle ins Englische, ob wir die Kollegen von Herrn Malmann sind. Ich nicke. Ich wechsle damit ins Deutsche. Ich hätte Dolmetscher werden sollen, das wäre viel einfacher. Entschuldigen Sie, unser Kollege spricht leider kein Deutsch. Ah, okay. Nun gut, mein Englisch ist in den letzten Jahren ein bisschen eingerostet. Meine Kollegin und ich hier machen das schon. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Ich muss nicht mit ihm reden. Ich muss nicht mit ihm reden. Naja, streckt euch die Hand entgegen. Gebt euch einen richtig kräftigen Händedruck. Und, äh... Also, er ist so circa 60. Sein Haar ist weiß. Also, so wie meins in etwa. Ich bin übrigens nicht 60. Und es steht ein bisschen wir von seinem Kopf ab. Also, wie hieß denn damals dieser eine Wissenschaftler Einstein? Ja. Ja. Ähm, der Arzt trägt eine schwarze Brille. Na gut, sie sieht stark nach den 70ern aus. Und während viele Dinge aus den 70ern wie mit der Mode sind, die Brille definitiv nicht. Also, und seine backsteindicken Brillengläser, ne? Ah. Ah, dann sind sie also die Ghostbusters. Ich hoffe sie... Ich hoffe sie haben Slimer zuhause gelassen. Und der grinst ein bisschen schief. Ich verknallfe mir ein neines Schief von mir. Bei dem Ghostbusters verfickert sich mein Gesichtsaustaus. Was verknallst du dir, Tali? Ich verknallfe mir ganz doll, dass... Nein, der Slimer steht vor mir. Von mir kommt ein... Äh, nein, den haben wir unten im Auto gelassen. Wir wollten ihn das nicht antun. Na gut, er sei nicht. Er lächelte ein bisschen schief. Und was kann ich für sie tun? Wir... Mach du, Rebecca. Ich lächle ganz charmant und würde sagen, wir würden ganz gern mit dem im Wald aufgelesenen Patienten sprechen. Äh, wegen dem sie Kommissar Malman informiert haben. Hm. Nun, ich dachte ja, der Schrecken sei vorüber. Und ja, vor zwei Tagen wurde das Opfer zu uns gebracht. Der ist nicht wirklich ansprechbar. Reagiert auf keinerlei Reize. Und stammelt nur wirres Zeug. Körperlich ist allerdings eine sehr gute Verfassung. Mhm. Von einigen wenigen Kratzern und blauen Flecken mal abgesehen. Scheint er noch nicht allzu lange in einem Wald unterwegs gewesen zu sein. Aber wie gesagt, vernünftig reden. Ich meine, sie können sich gerne ihn anschauen, ob ich... Weiß nicht, was das eigentlich bringen würde. Ich hoffe, ihr erzählt ja alles, was ihr erzählt. Ich überlege das nebenbei auf Englisch, ja. Nun, ob uns das was bringen wird, können wir natürlich erst beurteilen, wenn wir es getan haben schließlich. Vom Hören sagen, kann man nicht viel sagen. Deswegen, ich schätze es, meine Quellen nochmal zu überprüfen. Am besten. So direkt wie möglich. Mir soll es egal sein, weil ich denke, ihm kann man eh nicht mehr helfen. Und ich habe sowieso dann Wichtiges zu tun vielleicht mit Personen, denen ich noch helfen kann. Und er öffnet die Tür, also geht mit euch dann Richtung Krankenzimmer. Ja. So. Ich kümmere mich dann wieder um Patienten, denen ich noch helfen kann. Oh, was wird schockiert. Ja, ich verbreite immer was. Und er lässt euch dann mit ihm allein. Ja. Gut, hinter euch wird die Tür geschlossen. Und die Vorhänge sind zugezogen. Füllten das Licht in ein dunkles Blau. Ihr nähert euch dem Krankenbett. Die Gestalt darauf bewegt sich nicht. Ihr seht, dass die Hände und die Füße mit Lederriemen ans Bett gefesselt worden sind. Also er wurde fixiert. Und der Blick des Mannes irrt ziellos im Raum umher. Gesundheit, Ali. Gesundheit. Und scheint, als würde er euch gar nicht wahrnehmen. Als ihr neben ihm ankommt, bäumt sich der Mann plötzlich auf. Er knurrt und wirft sich hin und her. Sein Gesicht ist verzerrt. Er leckt die Zähne. Sein Alter ist schwierig einzuschätzen. Ihr würdet sagen, Ende 20, Anfang 30. Er beruhigt sich wieder, fällt zurück und atmet schwer. Ja. Nicht die Silberschnur. Der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Überall. Die Silberschnur. Und so geht es in einer Tour. Der Wurm. Die Silberschnur. Überall Würmer. Ich gucke Barbara an. Was sagt er? Die Silberschnur. Ja, ich übersetze es. Nicht die Silberschnur. Ähm. Der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Beziehungsweise, ich würde mit ihm die ganze Zeit Englisch reden. Silberschnur. Weil ich verstehe ja auf Deutsch. Ich würde jetzt mal hingehen und würde mein... Ich habe ja erstmal Kreuz um. Nicht die Silberschnur. Ich würde das Kreuz jetzt mal nehmen und das ist ja auch aus Silber und würde das mal über seinen Kopf halten. Mal gucken, was er macht. Der Wurm. Der Wurm. Er nimmt es gar nicht wahr. Ja. Toll. Nicht die Silberschnur. Ich denke, dass die Worte, die er sagt, nur Unsinn sind. Der Wurm. 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 Nicht die Silberschnur. Der Wurm. Der zart und ruckelt rum. Fällt dann wieder zurück. Wird dann wieder leiser. Dann ruckt er wieder ohrplötzlich auf. Guckt in eure Richtung. Guckt euch aber... Er nimmt euch scheinbar nicht wirklich wahr. Leider nicht. Der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Ich versuche mal die Worte nachzusprechen. Man reagiert danach drauf. Nee. Nur indem er selber irgendwie ist. Also er registriert euch nicht. Er reagiert nicht auf euch. Kann ich? Moment. Ich kann mal was nachgucken. Also, ähm. Weiß ich, ähm. Die sind ja geistig verwirrt, die Menschen gewesen. Alle. Es wurde nichts genaues gesagt. Das heißt, wenn irgendwas Dämonisches an ihnen gewesen wäre, hätten John Sinclair und Malman das rausgekriegt. Richtig? Vermutlich, ja. Also übrigens, äh, Herr Schneider hat euch gesagt, dass sich auch bei den anderen nichts verändert hat. Also, das sind ja mehrere Personen aufgefunden worden. Alle mit den gleichen Symptomen. Alle scheinbar geistig total weg. Nicht ansprechbar. Reagieren nicht. Und das ist einfach nur ein weiterer Fall. So wie die anderen eben auch, denen sie nicht helfen konnten. Nein. Da hat nichts geholfen. Keine Medikamente schlagen an. Nichts hilft. Friedrich? Ja, bitte. Ähm. Könntest du sonst vielleicht versuchen, das Kreuz mal in die Hand zu legen? Das ist vielleicht berührt? Kann ich ausprobieren. Vielleicht bringt es was. Ich, äh, pack dann seine Hand. Nimm ein Kreuz wieder ab. Leg ein Kreuz in die Hand und schließ seine Hand mit meiner so drum. Wissen wir, ob die anderen Patienten dasselbe gesagt haben? Haben sie gefragt? Nein, haben wir nicht. Nein, weil er ist ja noch ein... Im Bericht stand ja was, dass die irgendwas gestammelt haben von schönen Mädchen und dem Schloss und Dämonen. Also, das bist du aus dem Bericht. Ich denke aber trotzdem, das sage ich dir noch laut, ich glaube trotzdem nicht, dass das Zufall ist, dass er das sagt. Nee. Weil er sagt immer wieder die Silberschnur und Würmer. Nicht die Silberschnur, nicht die Silberschnur. Schreibt das mal auf, das könnte Witz dann nicht werden. Das haben wir so recht notiert. Nur wer weiß. Ähm. Ja, ihr zwei schon, aber eure Charaktere nicht. Sie schreibt sich... Also, Rebecca hat definitiv ihren Notizblock draußen und schreibt mit. Und das, was er gerade sagt, hat sich auch Barbara notiert. Gute Sache. Du glaubst doch wohl nicht, dass Rebecca irgendwas tut ohne einen Notizblock. Zwangsstörungen kann man behandeln müssen. Ich würde den Mann so angucken. Ich befürchte nur, dass wir ihm tatsächlich nicht helfen können im Moment. Wahrscheinlich nicht. Aber aus der Holt der Katholiken, der kann einen Exorzismus machen. Frederik, dein Sarkasmus ist so unangebracht hier. Oder wollen wir... Ich weiß. Ich denke nicht, dass es etwas bringt, wenn wir länger hierbleiben. Und ich vermute auch nicht, dass es etwas bringt, wenn wir uns die anderen Patienten angucken. Wenn sie etwas anderes stammeln. Wie war das? Schöne Mädchen und von einem Schloss? Ich bin mir sicher, dass es einen Zusammenhang gibt. Aber er wird wohl woanders gewesen sein. Sagen wir mal so. Die Ersten haben von einem Schloss und von schönen Mädchen gestammelt. Das heißt, es hatte irgendetwas damit zu tun, was sie erlebt haben. Das heißt, das, was er vor sich hin stammelt, hat höchstwahrscheinlich auch etwas damit zu tun, was ihm zugestoßen ist. Wir müssen also irgendwas mit Würmern und dann soll man einen Schnür finden. Juhu. Ich habe ja O-Tin in der Vermutung, aber ich weiß nicht, ob mein Charakter darauf kommen würde. Schmeiß es doch einfach mal in den Raum. Warum sollte sie nicht drauf kommen? Andere Frage. Ja, ich lasse es bald so. Wenn du O-Tin in der Ahnung hast, könntest du auch deinen Charakter haben. Ich weiß nicht, ob das eine Verbindung ist. Silber schon ist nur vieles. Also, ich würde dann Frederik angucken. Ich hoffe, ich werde gleich nicht gesteinigt. Frederik, du bist doch ein Mann. Männer angeln gerne. Aus was für einem Material besteht die Angelschnur außer aus... Ich weiß, es gibt da Unterschiede. Ja, aber es gibt unterschiedliche. Wird da auch irgendwie Silberschnur verwendet bei einer Angel an sich? Nicht die Schnur an sich, sondern mit zum Zubehör. Weil vielleicht bei einer Nähe von Wasser? Die Schnur selber ist aus Nylon. Und bei starken Fischen nutzt man ein Vorfach aus Stahl, aber kein Silber. Das heißt, man könnte Wasser schon mal ausschließen. Aber Würmer, wo sind Würmer noch außer... Aber, 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 aber. Man könnte eine Stahlschnur auch leicht als Silberschnur missdeuten. Ja, warum? Nehmen wir einfach mal an, dass... Nicht die Silberschnur. Halt die Klappe. Man könnte vielleicht meinen, dass er mit einem Silberdraht gefesselt wurde. Vielleicht. Aber dann ist der... Ja, aber Würmer, wo sind Würmer? Würmer sind in der Erde. Würmer sind bei Toten. Und an der Angel, ja. Gräber. Ich würde mir sonst mal die blauen Flecken, falls man die sehen kann, würde ich mir irgendwie angucken, ob man irgendwie sehen kann, ob sie vielleicht, ob es Feste Male sind oder einfach nur, ich bin total toll bei Silbo gegengelaufen bei meiner Flucht, weil ich total verwirrt bin. Na gut, dann würfel doch mal was, wo du jetzt sagen würdest, Geist und Nachforschung irgendwie. Ja, würde ich fast sagen. Das trifft zum ehesten. Ja. Du hattest, glaube ich, schon mal einen Bericht über irgendwas mit Verletzungen zu tun in der Vergangenheit. Und du würdest sagen, es sind einfach schlichtweg blaue Flecke wie jemand, der halt hingefallen ist, sich aufgeschöpft hat, wie wenn er gestolpert wäre, im Wald zum Beispiel. Also einfach, ich bin... Also nichts, was auf Fesselungen hindeutet. Keine typischen Fesselmale. Außer die Lederriemen, die er jetzt mit denen er ins Bett fixiert wurde. Ich würde ihn dann einfach ganz beruhigen, weil ich einfach Mitleid mit ihm habe, würde ich versuchen, ihn so ein bisschen über den Kopf zu streichen. Gut, er reagiert da nicht wirklich drauf, er registriert das nicht. Also immer in einer Tour, er guckt wieder rum, ist mal ruhig, dann scheinbar denkst du, ja jetzt hat er sich beruhigt, dann im nächsten Moment drückt sein Kopf wieder rum und... Ich würde zwischendurch einen Blick auf die Tour werfen und dann sagen, ich glaube, wir müssen weiter. Okay. Es sei denn, euch fällt jetzt OT noch irgendwas ein. Würmer sind verfall und... In der Erde, vielleicht noch im Höhlen. Wir müssen uns das nächstens die Schlucht angucken. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich würde sagen, wir fahren zur Schlucht. Okay, also ihr geht raus. Ja, ich gucke nochmal zurück, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir ihm noch irgendwas mit irgendwas helfen können. Fass mal nochmal so an die Schulter und meine... Für dieses Volk kann wahrscheinlich wirklich niemand mehr was tun. Traurig, aber wahr. Nun, nachdem ihr dann festgestellt habt, dass da offensichtlich nichts mehr rauszukriegen ist aus ihm, außer halt der Wurm, folge ihr nicht, die Silberschnur, und die Tür öffnet, hört er ihn leise flüstern, folge ihr nicht. Wurft ihr mal auf Seele und Intuition würfeln. Moment, was Seele und Intuition? Ihr habt verstanden, was ich gesagt habe. Wieder, ne, zwei, drei, vier, fünf. Nö, nö, nö. Schwierigkeit ist zwei. Dann ist es einer. Ich habe keine Intuition, nur Seele. Moment. Was kommt bei mir raus? Zwei Sechser, komm. Ja, wo ich nicht fahre, besser als ich, ey. Sechs und fünf. Der Referent, du hörst ihn zwar reden, aber was sagt er denn? Er redet auf Deutsch. Ich werde es weitergeben, dass er es nicht verstanden habe. Okay, du musst wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, und wer es aber verstanden hat, ist Rebecca. Rebecca hat es tatsächlich verstanden. Und er hat noch weiter geflüstert, sie führt zu den Ufern des Wahnsinns. Doch, sind wir doch wieder bei Malkavianern. Entschuldigung. Sie führt zu den Ufern des Wahnsinns? Ja. Genau. Eigentlich müsste man jetzt echt zurückgehen und fragen, warum bist du ihr dann gefolgt? Aber ich habe es ja nicht ganz verstanden. Ich habe nur das Erste verstanden. Ich würde dann nochmal zu ihm hingehen und ihn ganz leise und ganz sanft wirklich fragen, wer ist sie? Er reagiert nicht auf dich. War ja wohl klar. Das war ja logisch, das wäre zu einfach. Gleiches Bild, gleiches Bild wie zuvor. Also ich kann euch die Nachricht noch wiederholen. Folge ihr nicht, sie führt zu den Ufern des Wahnsinns. Das ist das, was er quasi gesagt hat. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wem ihr nicht folgen sollt. Die Spieler machen sich ihre Probleme selber. Verlassen wir das Krankenhaus. Ja, ihr wart gut. Ihr wart gut. Also OT gesprochen, ihr wart gut. Das, was ihr rauskriegen konntet, habt ihr im Prinzip rausgekriegt. So, wo wollt ihr denn hin? Also ihr habt jetzt die Möglichkeit zum Schloss zu fahren. Ihr könntet sagen, da passiert eh nichts. Wir fahren Richtung Schlucht oder könntet klar natürlich auch alles hintereinander abklappern. Ihr könnt natürlich auch sagen, scheiß drauf, wir fahren zum Krug. Was hatten wir nochmal für die Jahreszeit? Oktober. Schmissharbst, Oktober, später Oktober. Wann geht die Sonne unter? Ja, relativ früh. Es müsste so gegen... Um diese 17, zwischen 17 und 18 Uhr, um diese Jahreszeit würde ich sagen. Ja, eher 18 Uhr. Wir haben jetzt wieviel Uhr? Ihr dürftet so jetzt halb eins haben. Ihr wart nicht so lang unterwegs. Ok, dann würde ich sagen, wir klappern das einfach so ab. Ich würde die anderen beiden angucken und sagen, erst die Schlucht. Erst die Schlucht von heiß zu kalt. Ok, zur Schlucht seid ihr ein bisschen länger unterwegs tatsächlich. Ich überlege gerade, Oti, Moment. Was wird schwerer zu durchsuchen sein? Die Schlucht oder die Ruine des Schlosses? Die Schlucht. Da sollten wir jeden Sonnenstrahl auch ausnutzen. Ja, dann nehmen wir die Schlucht. Ok, dann gehen wir zur Schlucht. Lieber Jens, ich bin, wie ihr ja vielleicht herausgefunden habt, nicht unbedingt der Investigator. Also, ich kann besser schießen als suchen. Und an der Schlucht kann ich mich besser wehren. Nun, ihr wollt zur Schlucht? Ja. So, da seid ihr circa eine... Nehmen wir an, man hat uns gesagt, wo er gefunden wurde, sodass wir nicht komplett... Bayerischer, Bayerischer Spessart, also er hat ja die Route einprogrammiert. Also, ihr habt den Weg quasi, ihr seid aber eine Stunde unterwegs. So. In der Zeit ignoriere ich das wahrscheinlich der Rauchverbot in einem Auto geflissentlich. Mach das Fenster wenigstens auf. Ich kurbel, ich kurbel, ich mache mein Fenster auch runter, da ist keine Kurbel. Ich mache mein Fenster runter. Ich mache mein Fenster auch auf. Ich hasse mein Leben. Langsam wird der Satz langweilig. Mir egal. Manchmal frage ich mich... Ech egal. Ich hole ein Buch raus. Wir sind noch ein Stück unterwegs, fahr an der Tankstelle vorbei. Richtig ruhig aus, Barbara. Sprich dich färre aus. Nein, werde ich nicht. Kommen wir an einer Tankstelle vorbei, Meister. Ja, irgendwann mal. Ich tippe dann Fredericks auf die Schulter. Fahr nochmal kurz an der Tankstelle ran, bitte. Nein, ich fahre weiter. Nein, ich fahre raus. Ich fahre raus, ja. Danke schön. Ja, ich würde dann ganz fix in die Tankstelle rein und mir diese, man kennt diese Autobonbon-Dosen holen, wo dann halt so klein und süß Kram drin ist. Gott sei Dank sind in Deutschland die Sachen günstiger, weil der Pfund mehr wert ist. Yay! Und dann, ja. Kurze Frage. Wie weit ist diese Tankstelle noch entfernt von da, wo wir hinwollen? Ach, es ist irgendwo zwischendrin. Ihr seid da irgendwo mal ausgehalten. Und ihr fahrt durch ziemlich ländliches Gebiet, malerische Dörfer, also schön erholsam, um Urlaub zu machen. Gut, dann würde ich noch was anderes tun. Ich würde tatsächlich nochmal aussteigen, wenn Rebecca wieder reinkommt zum Auto. Würde ich nochmal aussteigen, weil ich bin sofort wieder da. Und sie hat das gerade so schön gesagt, dass der Pfund da ja in Deutschland quasi mehr wert ist. Ich würde mir eine Dingens kaufen. Ich würde mir eine Umgebungskarte kaufen, wo dieser Teil des Waldes mit drauf ist. Klar kriegt ihr eine Wanderkarte. Genau, danke schön, eine Wanderkarte. Weil wir kamen ja nur die Route dahin, sonst haben wir ja nichts. Damit wir da uns nicht verlaufen oder so. Genau, gerade so für die Schlupf. Wanderer haben die noch gefunden. Und das ist eine schöne Wandergegend. Und gut, also ihr fahrt dann denke ich mal weiter. Und so langsam kommt ihr dann da an. Etwas versteckt im Wald liegt die Seitenbachschlucht. Über einen schmalen Pfad, hölzerne Treppen mit Brücken, steigt ihr hinauf zur Klingenburg. Nirgends, also so hieß es damals auch, da muss noch eine Brücke sein, genau. Nirgends könnt ihr einen Hinweis, also da gibt es eine Klingenburg, die schreibt sich wie die Klinge, nur mit C. Nett. Nirgends könnt ihr einen Hinweis darauf entdecken, wo genau in dieser Schlucht der Mann gefunden wurde. Bei gutem Wetter ist dies sicherlich ein wunderschöner Wanderweg. Doch das nasskalte Herbstwetter vermiest euch diesen Ausflug. rutschiges Habstlaub, gelb und rot, liegt auf dem Pfad und versteckt somit auch alles, was es an Spur gegeben haben könnte. Kann ich mit... Ich würde mir mal etwas angucken, ich würde mal irgendwie noch einen Fluss suchen. Ach, da ist vielleicht ein kleiner Bach irgendwie. Schlucht, da ist ein Bach. Nix übertrieben Großes, also der Fluss ist schon gestrunzt, das ist eher ein kleinerer Bach. Ich war aber vielleicht drei, vier Meter breit, wenn überhaupt. Achso, das regeneriert nur einen Ausdauerpunkt, okay. Komme ich auf so einer Wanderkarte besser zurecht als Soldat? Ja, ich denke mal schon, du bist, du kennst dich natürlich durch den Zutatische Ausbildung, kannst du schon was sagen, aber es sieht ja halt aus, wie es halt im Herbst im Wald aussieht. Überall liegt Graub rum, die Bäume halt schon gelb, Blätter schon halb so runter teilweise. Und wieder fallen auch mal Blätter runter. Also da nach Sporen zu suchen, nach zwei Tagen oder so, wo der gefunden worden ist, würde ich eher mal sagen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also selbst Suchhunde würden wahrscheinlich viel mehr bringen, vielleicht hat es auch zwischendurch mal geregnet oder so. Das Einzige, was da ist, ist halt die Klingenburg, was ihr noch seht auf dem Plan. Und mehr seht ihr eigentlich nicht. Aber was ihr mal tun könntet, ihr könntet mal noch auf Seele und Intuition würfeln. Ich würde gerne Spielerpunkte brauchen. Okay. Um eine meiner besonderen Eigenschaften anzuwenden. Okay. Ich denke, du weißt welche. Sag es mir jetzt mal nochmal. Gutes Gespür. Dein gutes Gespür sagt dir, da finden wir nichts mehr. Sehr gut. Aber trotzdem, was hast du gesagt? Seele und Intuition, ne? Ihr könnt, was ihr noch tun könnt, einfach mal so den Eindruck, den ihr da habt, so von der Gegend. Was bringen mir drei, sechs, zwei, eine, fünf? Super Erfolg, genau. Du bist, im Moment hast du sowas wie einen empathischen Flash, ne? Na, zwei. Ja, ihr habt alle so den Eindruck und das hier zu suchen, wäre Zeitverschwendung. Selbst stundenlange Suche dürfte keine nennenswerte Ereignisse oder Erkenntnisse liefern. Also ihr denkt da, ihr guckt da, da findet ihr never ever was. Das kann auch sein, dass da zufällig da gelandet ist, dass da, wo der gefunden worden ist, dass es gar nicht passiert ist. Der ist ja schließlich durch den Wald geirrt. Und das kann schon, da kannst du mal relativ, trotzdem in kurzer Zeit eine große Strecke überwinden. Die haben sich das letzte Mal schon in einem Floss rumgetrieben. Vielleicht sollten wir uns diese Klingenburg mal angucken. Hab ich mir gerade auch überlegt. Was hältst du davon, Frederik? Hab ich mir auch gedacht. Bin zwar nicht der Experte für Häuserkampf, aber kriege ich hin. Wollt ihr da reingucken? Ja. Wollt ihr also Zeit investieren? Stopp, stopp, stopp. Bevor wir da reingehen, gehe ich an den Kofferraum von unserem Auto, hole meinen Armbruchskoffer raus und mache das Ding bereit und nehme sie mit. Ich gehe aber auch... Stimmt, scheiße, meine Waffe ist auch im Auto. Ja, ich würde auch nochmal mit zum Wagen gehen, um mir meine Waffe zu holen, klar. Ich war davon ausgegangen, dass ich die eingepackt habe, Entschuldigung. Also ihr geht da hoch. Ja, zumindest mal kurz gucken, ja. Na gut, ich knüpfe euch viermal eine halbe Stunde ab. Ihr kommt da hoch und die Burg scheint verschlossen zu sein. Ja, toll. Was bringt nochmal Blick fürs Detail? Ups, du könntest halt noch ein bisschen genauer gucken. Ja, geilste Nachforschung bringt dir das was. Sie ist wirklich zu... Sieht auch noch relativ gut aus. Ist da irgendwie ein Schild? Ist das irgendwie eine Sehenswürdigkeit, wo man auch mal reingehen kann? Ne. Also kein, nicht wirklich zu besichtigen. Ich schreibe mir auf den Notizblock nachforschen. Okay. Ja, ich mache auch eine kurze Frage. Ich würde auf, wenn wir, also ich will erst die anderen angucken. Ich befürchte, wir kommen hier nicht rein. Zumindest jetzt nicht. Ja, ich werde mich mal ein bisschen schlau über die machen. Ja, wollen wir zurückgehen? Es hat uns ja gar nichts gebracht. Hätten wir uns den Weg auch sparen können. Jetzt dann mal nachgucken, weil es hinterher ärgern. Genau. Nein. Ich sage auch nicht, das ist schlecht das, was wir es gemacht haben. Aber immer ein bisschen viel Zeit haben wir schon investiert. Wollen wir uns das andere Schloss noch angucken, falls davon noch etwas steht? Machen wir mal. Ja, und danach hoffen wir mal, dass diese Gaststätte ein Internet hat. Ich würde mal gucken, habe ich Empfang im Wald? Aber wer seid, nicht wirklich. Gut, dann würde ich was gucken, wenn wir unterwegs sind beim Auto. Ich lege meine Armbrust übrigens so, wie sie ist, auf den Rücksitz und sichere sie, damit ich, wenn irgendwas sein soll, dass ich sie schnell in der Hand habe und nicht erst wieder aus dem Koffer rausfriemeln muss. Ich habe meine Waffel in meine Jackentasche gepackt. Handtasche. Trauen wir die Handtaschen. Nein, Jackentasche, keine Handtasche. So, dann fahrt ihr also quasi jetzt Richtung dem Spurkschloss, dem Chateau d'Amour. Ja. Gut, das kostet euch eine halbe Stunde circa. Sollte ich unterwegs Empfang haben, würde ich mal gucken, ob es irgendwelche mysteriösen Vorkommnisse um die Klingenburg herum gegeben hat. Geschichtlich also. Hast du ein Smartphone? Ja, ich habe Geld, ja. Steht es auf deinem Bogen drauf? Steht Handy drauf, ja. Ja, da steht aber Handy, ist kein Smartphone. Du hast noch ein altes Nokia, weil du weißt, es ist einfach... Ja, zusätzliche Waffe, schön. Das kannst du zu Nutz speisen. Nee, du hast kein Smartphone. Okay, dann suche ich nicht und warte, bis wir Internet haben. Sehr gut. Du kannst auch einfach mich fragen, wenn du was Bestimmtes sofort suchen willst. Als wenn du ein Smartphone hättest, bei dir steht auch nur Handy drauf. Nee, bei dir steht Smartphone drauf. Kali, wir sprechen uns gleich nochmal, ne? Das ist beleidigt. Sie hat halt noch einen Punkt mehr investiert bei der Charakterschaffung. Nee, aber irgendwie, der Netzempfang ist nicht der beste momentan. Nee, ich will sie nicht sagen. Und irgendwie hast du auch vergessen, zuletzt deinen Akku aufzuladen. Ich will sie gar nicht fragen. Sie sieht gerade im Moment schlecht aus. Nee, also ihr fahrt ganz normal zurück. Das heißt, wir sind gegen 15 Uhr an der anderen Stelle? Könnte sein, ich habe jetzt die Zeit nicht. Ich habe einen anderen Counter als ihr, genau. So, wenn man die Sache mit dem Rechtsverkehr einmal raus hat, ist es gar nicht so schlimm, in Deutschland Auto zu fahren. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass auf dem Weg ins Herz des Spessarts kaum etwas los ist. Die Gegend wäre eigentlich ganz schön, wenn sie nicht so nass wäre. Der Motor schnurrt und sein Geräusch schnullt euch ein. Die Heizung bläst trockene und warme Luft in den Wagen. In 100 Metern bitte rechts abbiegen. Die Frauenstimme aus dem Navigationsgerät lässt euch alle ausstrecken. Ihr verlangsamt das Tempo ein wenig und fahrt vorsichtig einen belaubten Kiesweg, der von der Straße wegführt. Die Bäume links und rechts am Straßenrand scheinen bedrohlich näher zu kommen. Und beinahe so, als würden sie euch den Zugang zu dem Anwesen verwehren wollen. Bevor die nervige Frauenstimme noch etwas sagen kann, schaltet ihr das Navig aus. Und ihr kommt an beim Chateau d'Amour, beziehungsweise dem, was dort noch übrig geblieben ist. Ja, ich hätte das Navig und zum Liegen Frederik übersetzt. Beziehungsweise Spracheinstellungen kann man ändern. Genau. Du fährst also nicht wohin du willst. Hättest du wohl gerne. Du fährst nicht nach Hamburg. Du solltest dich entmuten, dann verstehen wir dich auch. Ja, ich weiß. Ich kann kein Deutsch, ich kann das Navig nicht umstellen. Das mach ich. So. Der Wald ist so richtig düster, okay. Ja, ist also düster, die Bäume bedrohlich, wie wenn sie euch eigentlich schon fast abhalten wollten. Aber es könnte ja auch nur ein einfacher Eindruck sein. Naja. So. Gut, als ihr da ankommt, nehmt ihr folgendes wahr. Der herabgestürzte Trümmerhaufen, der sich für euch erhebt, lässt nur mit viel Fantasie erinnern, welch herrschaftliches Gebäude hier noch vor wenigen Tagen gestanden hat. Und etwas muss sich unter der Erde aufgebäumt und das Schloss darüber, wie ein Spielzeug in die Höhe geworfen haben. Und die Mauern wurden eingerissen, als seien sie aus Papier. Ein Turm stürzte um und schlug hart und tief in den Waldboden. Der Lehm und die gekalkte Oberfläche des Fachwerks lösten sich fast vollständig aus der Fassade, als dass das oberste Stockwerk in sich zusammenkrachte. Also oben ist das Ding ziemlich lädiert und unten scheint es allerdings teilweise noch erhalten zu sein, aber wenn auch, ja, nicht mehr so gut. Gut, da setze ich keinen Fuß rein. Also ihr könnt euch hier mal auf, also ihr wollt nicht da rein, also unten sitzt schon noch einigermaßen gut aus, aber ihr könntet mal, so wenn ihr euch das anguckt und so die Stimmung auf euch wirken lasst, mal auf Geist und Okkultismus wirfen. Reicht das? Geist und Okkultismus. Au, ich glaube, das ist nichts von mir. Doch, du hast einen Erfolg. Diese Einser, die sind für mich nur für den Kampf wichtig. Also dir stellen sich die Nackenhaare auf, wie sieht das beieinander aus? Drei Erfolge. Zwei bei mir. Also dein Gespür und, also gerade das von der Reporterin sagt, da ist irgendwas im Busch. So, ihr habt schon davon gehört, dass Geister und verlorene Seelen sich als sogenannte Cold Spots manifestieren können, während das Ozon auf eine hohe elektrische Ladung in der Luft schließen lässt. Dieser Ort ist noch immer von schwarzen Energien durchdrungen. Ihr solltet sehr vorsichtig sein. Also ihr merkt, da ist noch irgendwas. Vielleicht habt ihr das auch damals gespürt in Bignor, dass da irgendwas Natürliches in der Luft ist. Würde ich jetzt mal so die anderen beiden angucken und fragen, merkt ihr das auch? Ja, irgendwas ist da im Busch. Wir sollen uns das angucken. Du bist zu neugierig. Weißt du das, Rebecca? Irgendwann ist das dein Tod. Lass sie reingehen, lass sie reingehen. Aber bitte tu dir keinen Zweck an. Ich lasse eine super Story. Ob ich die Geister dazu kriegen kann, mir ein Interview zu geben? Rebecca. Viel Erfolg. Ich zöge mir eine Zigarette an und nebele mal um mich rum ein bisschen die Gegend ein, ob sich da irgendwelche kalte Luftzüge hin und her tun. Also nichts Ungewöhnliches, sagen wir es mal so. Wenn es ein kalter Luftzug ist, dann ist es vielleicht der Hauptwind, den du spürst. Ist da nur das alte Schloss? Sind da Grabsteine? Ist da irgendetwas? Ja, also Grabsteine sind das keine, weil Grabsteine wäre eher bei einer Kirche zu vermuten. Ja, wenn du glaubst, dass manche Schlösser haben im privaten Friedhof, das meine ich. Ja, das seht ihr aber nicht. Das ist im Wald. Also würdet ihr jetzt eher mal nicht vermuten. Also wenn, dann nicht für euch ersichtlich. Gut, was ihr halt seht, ist halt diesen Trommerhaufen, also ziemlich eingestürzt, aber unten das Artgeschoss scheint noch einigermaßen erhalten zu sein. Und wenn ihr euch das näher anguckt, ihr seht eine Tür im Hauptgebäude direkt vor euch. Die Türstütze, im Türkranz eingelassen ist ein Steinwappen mit der Aufschrift Chateau d'Amour. So, und eben jener Türstütz ist geborsten und liegt schwer auf der Tür auf. Links und rechts davon im Abgeschoss sind noch eine Handvoll Fenster, die aber geborsten sind und halt zersplittert. Und die spitzen Glasstücke verleiten dem Fenster ein bedrohliches Aussehen. Die sind aber ein bisschen erhöht, also nicht direkt flach, sondern man müsste ein bisschen klettern, um da reinzukommen. Also wie so ein halber Stock, der dazwischen wäre. Also es geht eine Treppe hoch, quasi zur Tür. Und die Fenster sind dementsprechend auch etwas höher. Also man könnte es schaffen, da reinzuklettern, wenn man wollte, aber oben sind halt diese Splitter, zersplitternden Fenster. Also da könnte man sich böse dran verletzen, wenn man nicht aufpasst. Ihr könntet versuchen, durch die Tür reinzukommen. Wenn ihr euch überlegt, wie ihr das schaffen wollt, könntet ihr euch mal überlegen, mit Geist und Technik, was denn der adäquateste Weg wäre, wie der Zustand des Hauses sein könnte. Ja, ich habe dann nur Geist. Ja, ich auch. Tito. 6, 3, 5, also 2 Folgen. Leute, guckt mal. Du sollst keine Bezäuner nehmen. Ich bin kein Vampire. Automatisch, es tut mir leid. Ja, ich nehme, nein. Ich nehme die anderen Würfel wieder. Barbara hat keine Ahnung. Nein. Bro, ich habe zumindest 2. Ich auch. Du hast zumindest 2 Erfolge und 2 Erfolge. Also, während Barbara so null Ahnung hat. Das Gebäude ist zwar einsturzgefährdet, aber im Moment sieht es so aus, als könntet ihr euch noch ohne akute Lebensgefahr hineinbegeben. Also, ich würde da nicht reingehen. Das sieht mir zu uns aus. Allerdings ist ein Einsteigen über die Fenster nicht wirklich sicher. Allzu leicht könnte man sich an den scharfen Splitter schneiden oder verletzen. Wenn ihr die Tür aufstemmt, wird der aufliegende Türsturz mit Sicherheit nicht halten werden. Also, der wird nach unten krachen. Das kann ins Auge gehen, wenn ihr nicht steil genug seid. Also, ein Türsturz, wer es nicht kennt, ist im Prinzip tatsächlich ein massives Betonteil. Das ist einfach das darüber liegende Mauerwerk abstützt. Wenn der kaputt ist, kann es passieren, wenn ihr die Tür jetzt aufzieht, der kracht runter, weil da liegt schon auf, dass halt von oben was runterkommt. Aber vielleicht auch nicht, ihr wisst es nicht. Ihr könnt sagen, wir probieren es. Ihr werdet damit rechnen müssen, dass da irgendwas runterkracht. Ich gucke die zweimal an und sage, wollen wir mal einmal drum rum gehen und gucken, ob wir woanders reinkommen. Lieferanteneingang oder irgendwas in der Art. Würde ich auch vorschlagen. Weil das sieht jetzt nur in sich aus. Ansonsten würde ich vorschlagen, wenn wir keinen zweiten Eingang finden, dass wir mal gucken, ob wir irgendwie einen Balken oder so finden, den wir unter den Türsturz klemmen können. Hast du die Kraft denn zu halten, meine Liebe? Wir sind drei Leute. Wir werden das doch irgendwie hinkriegen. Wir haben doch einen großen, starken Mann dabei. Wenn er nicht zu groß ist, dürft ihr das... Du musst dir vorstellen, den Balken darunter zu stellen. Wie sieht es denn mit Brandschutz aus? Nach welcher Art? Genau. Wenn ihr Parfinder regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, dass eine Tür nach außen aufgehen muss. Und da bringt dir ein... Richtig, und da bringt dir ein Balken nichts, weil der Balken wäre dir dann im Wege. Also die Idee, sagt dir dein Technikverstand? Äh, äh. Zwar mag das Schloss Aals sein, wurde aber renoviert. Nach neuesten Gesichtspunkten. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal drumherum und gucken, ob wir dann tatsächlich einen anderen Eingang finden oder ein Fenster, durch das wir einsteigen können, auch wenn ich eigentlich nicht einsteigen möchte. Das sieht mir zu uns aus. Ihr hättet ja Fenster, über die ihr einsteigen könntet. Aber ihr könnt ja drumherum gehen, also es ist ein bisschen beschwerlich. Seit Waldherbst ist es ein bisschen rutschig. Wie waren halt auch die Gescheidensbrocken. Und was ihr halt merkt, wenn ihr ums Haus rumgekommen habt, also da findet ihr keinen Eingang. Das, was da vielleicht noch ein Eingang war, sind halt die Trümmerteile. Also da gibt es keinen Einstieg. Risse in der Mauer finden Sie also auch nicht durch, die man sich durchquetschen könnte. Also nicht so groß, dass ihr euch nicht durchquetschen könnt. Klar, Risse in der Mauer schon, aber nicht so, dass ihr da durchpasst. Aber ich sage, wir sollen da nicht sein. Ich wollte gerade sagen, warum werde ich das Gefühl nicht los, dass uns da keiner drin haben will? Weil Geister gerne unter sich sind. Bist du schon so vielen begegnet? Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Kann ich an einem dieser Fenster, die geborsten sind, sind die arg weit oben oder sind die etwa auf meiner Höhe? Also wenn du dich streckst, kommst du da ein bisschen rein. Zumindest mal an den unteren Teil. Okay, dann möchte ich, das sind doch sicher steilende Fensterbretter, oder? Also so eine Fenstersims, klar. Gut, dann möchte ich mich doch bitte mal an einen von diesen Fenstersims, anziehen. Ähm, und, äh, Blocke, dafür revanchiere ich mich nachher. Äh, Kati, guck du mal auf deinen Bogen noch. Ich würde da mal hochklettern, mich auf diesem Fenstersims sitzen und mal mit der Taschenlampe durch dieses Fenster reinleuchten und gucken. Ja gut, kannst du einfach hochkommen, klar, wenn, dann siehst du halt einen Raum dahinter. Sieht aus wie eine Empfangshalle, das bisschen, was du so erkennen kannst. Du ziehst dich halt so ein bisschen hoch, aber ist halt relativ dunkel da drin. Ja, darum mit Taschenlampe. Gut, aber du dürftest natürlich, um da hochzukommen, ja auch mal noch ein bisschen, äh, auf Körper würfeln, weil du möchtest ja da hochklettern, oder? Ja, wenn du mir da hochhilfst, kann ich das auch machen. Schon mal was von Räuberleiter gehört? Ich würde ihn freundlich dabei anlichen. Ich probiere erstmal selber hochzukommen, wenn ich das nicht schaffe, helfe ich dir hoch, okay? Bitte schön. Ich würde ein paar Schritte zurückgehen und zugucken. Also eine Kletterausrüstung würde helfen. Habe ich nicht. Komme ich damit hoch? Herausforderung auf Körper, ja, du kommst hoch, aber... Zu spät, siehst du... Moment, 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 Sekunde, okay, du darfst Körper und Athletik wirfen, darfst also noch nachwirfen, falls du was in Athletik hast. Habe ich nicht. Weißt du nicht? In jeder Stand. Okay, verdammt. Also du kommst hoch, aber verdammt. Du warst schon fast auf der anderen Seite, als du dir die Hand an einem herausstehenden Glassplitter geschnitten hast. Aber immerhin bist du jetzt drin. Du verlierst eigentlich... Ich wollte doch gar nichts rein. Ja, du bist aber... Hast dich dann halt... Aua. Das kannst du im Prinzip trotzdem rein. Ja, aber du musst dich ja irgendwo festhalten und am Sims allein hältst du dich fest. Ich wollte mich ja auf diesen Sims hochziehen. Ja, aber wo wirst du dich festhalten? Am Sims selber, da rutschst du ab. Der ist so leicht abgeschränkt. Also du müsstest dich schon... Deswegen habe ich ja gefragt, ob das so steinende Fensterbänke sind, wo ich mich draufstehend höre. Ja, aber nicht so... Ja, 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 draufstellen kannst du dich schon, aber hochziehen kannst du dich nicht so ohne weiteres. Ja gut, dann liege ich jetzt halt drin. Du bist also jetzt oben und hast dich halt geschnitten, Punktausdauer weg. Nicht diskutieren. Kletterausrüstung hilft. Ich sag's zum letzten Mal. Ich hab' gehofft. Ich meine auch nicht dich. Die anderen dürfen jetzt auch versuchen mit Körper und Athletik zu würfen. Oh Gott. Hat irgendeiner eine Kletterausrüstung dabei? Rebecca, du vielleicht? Sie ist gemutet. Ja, sie ist gemutet, genau. Ich dachte, es hätte jemand von euch eine Kletterausrüstung, obwohl es könnte natürlich sein... Bitte? Ich hab' keine Kletterausrüstung. Okay, dann ist es... Der Charakter, der heute nicht dabei ist, der hatte eine Kletterausrüstung. Ah. Ich wusste, einer von euch hat eine. Ich war mir das nicht mehr so sicher, aber egal. Also ihr könnt... Ich war schon total verwirrt. Fred, ist alles in Ordnung bei dir? Nein. Ich hab' mir in die Hand geschnitten. Na gut. Ihr könnt auch, wie gesagt, Körper und Athletik würfeln. Oh Gott. Das sind nur so viele. Ich komm' wahrscheinlich nicht mehr rein. Ihr dürft auch Schicksalspunkte um Bonuswürfel. Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr könnt immer Bonuswürfel würfeln. Ich glaub', das mach' ich auch, weil ich hab' da nur zwei Würfeln. Ja, würfel doch erstmal und dann kannst du die Bonuswürfel immer noch würfeln. Reicht das, um mich nicht zu schneiden, zumindest? Äh, ich glaub' nicht so ganz. Dann würde ich das gerne ändern. Dann würfel einfach zwei nach und geb' den Schicksalspunkt aus. Nö, 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 nö. Okay, trotzdem den Schicksalspunkt, da auch du schneidest. Ja, bin ich gerade am... Genau, und auch du schneidest dich. Okay. Au. Dir hat's gereicht. Kratzi, wie eine Gazelle, schwingst du dich wieder durch? Ich hab' noch gar nicht neu gewürfelt, ich hab' noch gar nicht neu gewürfelt. Achso, okay. Stimmt, du hast keine vier Würfel, das ist richtig. Genau, genau. Ähm. Also, ich muss jetzt einfach nur zwei Schicksalspunkte, äh, einen Schicksalspunkt aufgeben. Oder ausgeben. Jetzt würfel, jetzt würfel erst mal normal. Du brauchst zwei Erfolge, um da reinzukommen. So. Ne. Zwei waren das, glaub' ich. Ja, natürlich. Ich fühl' ich langsam ein bisschen matschig. Äh, roh, 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 nein, ich müsste nachschmeißen. Ja. Wäre von Vorteil. Zwei Würfel waren das dann, ne? Genau. Und, nein. Schön. Okay, auch gut schneidest dich. Was haben alle drei Charaktere gemeinsam? Sie schneiden sich. Irgendwie hat die Person vor euch einfach nicht so sauber die Dinger weggemacht. Und da sind halt immer noch so kleine Glassplitterchen im Rahmen drin. Au. Ah. Okay, bevor ich runterspringe von diesen Vins, äh, würde ich quasi mit dem Schuh die Glasscherbe endgültig wegmachen. Okay, das gelingt dir auch. Pass auf, dass du nicht fällst. Aua. Ich kann mich ja gleichzeitig noch ein bisschen festhalten außen an der Mauer, denke ich. Schau mir mal die Hand von Barbara an. Ich habe ja erste Hilfe. Ob das ein schwererer Schnitt ist oder ob das einfach nur so, ah ja, ist halt ein bisschen geschnitten. Solltest du dir vielleicht auch deine eigene Hand angucken? Das war als OT, nicht ID. Ihr habt euch alle gestitten. Ja. Ich würde da auch stehen. Au. Du kannst genauso gut klettern wie ich. Ihr könnt alle super klettern, ja. Ja. Und so, du willst dir meine Hand angucken, ja? Frederik. Ja. Ich reiche sie dir mal. Würde ich mir die angucken? Ist es ein tieferer Schnitt oder ist es nur, ja es blutet halt, aber es ist jetzt nichts, keine schlimmere Verletzung. Na gut, das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, das würde ich jetzt mal behaupten. So, die Fenster, also. Tiefere Wunde, oder? Einfach OT während eines Kampfes könnt ihr keine erste Hilfe machen, weil dazu braucht man Zeit. Ich will keine erste Hilfe wirklich, ich will jetzt nur angucken, ob es eine tieferer Wunde ist. Ja, da guck ich sie an, es ist normal, es tut halt weh. Es blutet im Nissen. Okay, das, ja da gucke ich sie an, ist nichts Ernstes, es wird ein bisschen wehtun, aber heilt. Geht weg. Im Kopf geht nicht. Bei mir, bei mir genauso. Ich gucke mir meine Hand an und halte die Frällere quasi so direkt vor's Gesicht. Meine ist auch nicht schlimm, oder? Nee. Nerve ich aber halt. Bis ich heirate, ist das wieder weg. Nun gut, also nachdem ihr euch so ein bisschen angeguckt habt und eure Bunten so angeschaut habt, seht ihr halt, dass ihr in einer Art Empfangshalle seid. Da davon geht hinter euch natürlich die Fenster und die Tür nach außen ab. Neben euch links scheint eine Tür zu sein, wo es in den Raum geht. Neben euch rechts scheint eine Tür zu sein, wo es in den Raum geht. Und vor euch ist ein Vorhang im Prinzip. Ich lese das mal kurz vor. Dieser Raum ist sicher einmal eingerichtet worden, um den Besuchern des Chateau d'Amour schon beim ersten Besuch die Sprache zu verschlagen. Und selbst bei einem aktuellen Zustand ist noch einiges vom alten Glanz zu entdecken. Teure, ehemals rote Teppiche auf Marmorboden erinnern an den Empfangsbereich eines Hotels. Also eher wie ein Hotel als ein Bordell. Die Stühle an den Wänden sind mit Blattgold überzogen und wirken wie die dazugehörigen Beistelltische sehr nobel. Das Schuppen war bestimmt nicht billig. Zu rechten und linken seht ihr halt jeweils die Tür. Vor euch seht ihr den Vorhang, der so ein schwerer, auch ein teurer Stoff ist. Und der Vorhang hängt so halt runter und lässt so leicht den Blick in den hinterliegenden Raum dann offen. Ich würde zum einen mal nach meiner Waffeltasten, die ich hier in meiner Jacke habe, um zu gucken, ob die noch da ist. Ja, ist noch da. Und dann mal die Taschenlampe raus, auch wenn es, ich vermute mal, dass in den inneren Bereichen, dass es da trotzdem dunkel ist, weil es ist ja eingestört. Ein bisschen düsterer. Klar, es kommt noch so ein bisschen Tageslicht rein, aber es wird schon ein bisschen düsterer. Ja, ich würde mal die Taschenlampe anmachen und dann auf die linke Tür leuchten, auf die rechte Tür leuchten, auf den Vorhang leuchten und sagen 1, 2 oder 3. Ich gucke erstmal, habe ich meine Armbust dabei? Müsst ihr eigentlich mitgenommen? Ja, ich habe da alles mitgenommen, klar. Gut, dann mache ich die Schuss bereit und halte die so. Ist die eigentlich, ist das eine modernere Armbrust oder ist das... Das ist schon eine moderne, das ist eine moderne. Hat die dann, ja, dann hat die sicher... Also schon sowas von... Okay, dann hat die sicher eine Haltung... So eine Sportarmbrust halt, ja. Ja, so in die Richtung halt, auf Repetierart. Okay, dann hat die dann eine Tactical Rail, wo ich meine Taschenlampe kann und dann würde ich dich nämlich da vorne dran befestigen, dass ich immer mit der Armbrust so in der Gegend rumleuchte. Genau, also ihr seid jetzt halt in diesem Raum, der halt klar bemerkt, dass da was passiert ist, aber man merkt halt auch, dass es sehr, sehr edel und nobel war. Also nicht jetzt was Billiges, sondern schon wirklich, da ging es um Schotter. Also das sollte schon... Spüren wir dieses Gefühl immer noch? Ja. Deutlicher oder? Ne, also nicht jetzt wirklich deutlicher oder so, dass man jetzt sagen könnte, das ist jetzt wie ein Geigerzähler, sondern einfach nur, es ist halt so eine unterschwellige Bedrohung da. Also ihr habt so das Gefühl, sagen wir es mal so, ob die jetzt da ist oder nicht da ist, kann natürlich auch sowas wie eine Reststrahlung sein von dem, was da halt vorgefallen ist. Ich würde mal meine Taschenlampen-App aktivieren. Okay. Und sagen, also ich bin ja erstmal dafür, hinter den Teppich zu gucken, äh, hinter den Wandteppich zu gucken. Und würde so langsam Schritte zu machen. Ich habe nicht von einem Wandteppich geredet, der Teppich ist auf dem Boden. Ja, oder Vorhang oder was das war. Okay, also ihr wollt gerade aus, nicht rechts oder links die Türen untersuchen. Ich würde mir ehrlich gesagt lieber erst die Türen angucken, wenn wir vorbeigehen und hinter einem der Räume, also ich würde leiser reden. Hinter einem der Räume ist etwas. Dann greift es uns an. Würde Frederik angucken oder was meinst du? Du bist doch der Soldat von uns. Taktisch gesehen sollten wir die Flanken sichern. Da, wo wir angreifen wollen. Links oder rechts? In der Mühle mit Koppelt in der Kiste. Wir nehmen die Linke. Also ihr folgt nicht dem alten Spruch von, wie hieß der, Ruckra, keine Ahnung, immer rechts, immer rechts. Also ihr geht links. Ihr geht links, ich muss kurz blättern. So, ihr betretet einen Raum mit etlichen großen gemütlichen Ohrensesseln, als an dem jeweils ein schicker Beistelltisch mit eingelassenen Aschenbecher flankiert, also die von den Tischen flankiert werden. Wie du rauchst, von Frederik. An den Wänden stehen Regale mit Büchern und trotz des seit einigen Tagen herrschenden Durchzugs riecht es natürlich nach wie vor intensiv nach kaltem Rauch. Wie du liest. Eine einzelne weitere Tür führt aus dem Raum heraus, also in die Richtung, wo auch der Vorhang ist. Also quasi, ihr geht links rein und rechts dann ist die Tür, also auch in Richtung, wo die Vorhang ist. Also quasi, das ist so ein Aufenthaltsraum, ein Raucherraum. Ich habe halt eine etwas edlere Geschichte. Und ich denke mal, dass ihr den Raum durchsuchen wollt. Ich gehe zu den Wichere Regalen. Ich gehe zum Vorhang, oder zur Tür zum Vorhang. Ich schaue mir die Sessel an. Okay. Die Gruppe teilt sich. Also, ja gut. Deine, ja, du guckst dir halt die Sessel an, so, edlere Sessel. Ja. Staub drauf, Dreck drauf. Keine Brandspuren irgendwie in Körperform oder so. Nee, gar nicht, gar nicht. Sehr akkurat. Okay. Sehr akkurat. Also außer, dass sie halt jetzt dreckig verstaubt sind. Ja, okay. Vielleicht ein bisschen abgebröckeltes Zeugs. Dann gehe ich auch mal zum Vorhang. Dann bist du ja aus dem Raum raus. Ja, aber wenn Barbara da allein rumhockt, das ist vielleicht gar nicht so gut. Noch bin ich im Raum. Ich bin nur zur Tür gegangen. Ich würde halt mal gucken, was für Bücher in den Regalen stehen. Einfach mal so überfliegen. Also, dann würfel doch mal auf Geist und Nachforschung. Moment. Wenn du eine Sporensicherungsausrüstung hast. Boah, was ist heute eigentlich los? Würdest du nachwürfeln? Schwierigkeit ist zwei. Ja, was mache ich da nochmal, damit ich nachwürfeln kann? Aber ihr habt ja vielleicht noch jemanden einen Siegselspunkt ausgeben. Aber ihr hättet ja noch jemanden, der dir helfen kann. Die anderen können ja genauso gucken. Vielleicht für dir ja nichts Großartiges auf Wölte Sachs ist alles banales Zeugs. Nee, das kann ich denn zumindest einen Unterschied mit den Sprachen machen. Weil wenn das nur Deutsch ist, müssen wir uns Rebecca fragen. Ja, also es scheint jetzt zumindest nichts extrem Ungewöhnliches zu sein. Aber du müsstest es halt auch näher angucken. Rebecca? Ja? Irgendwie, ich werde hier nicht richtig fündig. Und trotzdem habe ich das Gefühl nicht Lust. Magst du mal drüber gucken? Ja, klar, natürlich. Das war Geist und Nachforschung? Ja. Gut. Vielleicht müsste ja der Pater auch noch, wenn er die... Nee, da hat noch jemand kein Glück. Ja, aber... Vielleicht müsste der Pater auch noch wurfeln. Du guckst ja die Sessel auch noch an. Dann schaue ich auch mal. Das ist bitte egal. Ich würde trotzdem... Ja, ihr guckt euch halt generell im Raum um. Ja gut, wie gesagt, die Schwierigkeit wäre zwei. Wollt ihr denn noch was investieren? Ja, ich würde gerne noch was investieren. Genau. Hatte ich eigentlich eben auch gesagt, dass ich das gerne noch gemacht hätte. Aber egal. Wie viele darf ich denn nachwürfeln? Das, was ich versagt habe? Zwei. Ich darf drei, ne? Wenn du durchklappst, du hast extra. Du könntest drei nachwürfeln, genau. Aber ich würde jetzt nicht alle drei würfeln gleichzeitig, sondern einer soll würfeln. Gut. Und ich würde sagen, die Mädchen haben mehr nach den Büchern geguckt. Also die Büchern scheinen eher so Attrappen zu sein. Also nicht wirklich so zu Zier aufgestellt worden sind. Aber da der Pater ja auch explizit nach den Sesseln geschaut hat, findet er ein Portemonnaie, das einer der Gäste offensichtlich verloren haben muss. Vielleicht hilft es ja dem BKA, den Fall abzuschließen. Und ihr dürft euch einen Erkundungspunkt aufschreiben. Also ihr habt einen Geldbeutel von einem Gast gefunden offensichtlich. Und ihr denkt, den nehmen wir mal mit. Also ihr kriegt einen Erkundungspunkt gutgeschrieben. So. Jetzt steht ihr in dem Raum. Hab nicht viel gebracht, außer halt im Geldbeutel. Für irgendwo den Dieter Müller oder keine Ahnung, was drinsteht, ist sonst nicht weiter wichtig. Wie gesagt, ich würde dann halt ganz gerne einen Schicksalspunkt einsetzen und Blick fürs Detail. Also drei Würfel. Macht keinen Sinn mehr. Nein? Okay. OT macht keinen Sinn mehr. Ihr habt das erfüllt, was ihr erfüllen solltet. Achso. Okay. Also da bin ich jetzt an der Stelle einfach fair. Also ihr habt abgegrast, was ihr abgrastet. Wollen wir uns den anderen Raum noch angucken, ehe wir in diesen größeren gehen? Sicher ist sicher. Andere Flanke. Rebecca? Ja, können wir machen. Okay. Das ist OT gerade nur, weil ich total machig bin und den Kopf gekriege. Ja gut, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und dann machen wir auch zwischendurch einen schönen Cliffhanger zwischenrein. Das ist nicht mehr. Juhu. Dann machen wir einen schönen Cliffhanger, damit ihr auch gespannt seid, wenn es beim nächsten Mal losgeht. So, die Tür öffnet sich, also die Tür öffnet sich mit einem lauten Knarren in einem kleinen Raum mit Sitzgelegenheit. Einem inzwischen ramponierten Kaffeeautomaten und einer Einbauküche. Es sieht so aus, als wäre das sowas wie ein Aufenthaltsraum gewesen. Gut, in der Spüle stehen noch benutzte Teller und Tassen und auf dem Tisch liegen vereinzelte Illustrierte. In der Wand zur linken, also wenn ihr reinkommt links, auch wieder in die Richtung, wo der Vorhang ist quasi, ist eine weitere schwere dunkle Holztür. Also die sieht ein bisschen stabiler aus. Und ich weiß nicht, wollt ihr euch in einem Raum ein bisschen umgucken, was da so liegt, was da so ist? Ja. Ich würde den Raum einfach mal absuchen. Geist und Nachforschung, ne? Genau, dann dürft ihr Geist und Nachforschung würfeln. Du hast schon wieder WC da genommen. Ne, also ich mache glaube ich feister Feierabend. Moment, 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 ich will es sehen, nicht würfeln. Also, der Partner nimmt sich so die Zeitschriften in die Hand, Playboy, älteren Jahrgangs, also nicht der aktuellste wahrscheinlich. Und Kaffeeautomat kaputt. Du hast eine 6, was hat die Rebecca? 5, 6, 4, 6, 3. So, das sieht doch schon mal gut aus. Du hast ein gutes Nächsten. Das war vermutlich der Aufenthaltsraum für den Türsteher des Chateau d'Amour. Wenn man die Anzahl der umherliegenden Zeitschriften in Betracht zieht, seid ihr euch sicher, dass es sich bei ihm um einen Menschen gehandelt haben muss, denn ihr haltet es für eher wahrscheinlich, dass Dämonen sich als Jahresabot des Playboy nicht wirklich zulegen würden. Immerhin ist der Name und die Adresse des Mannes auf dem Aufkleber. Dafür dürfte euch Malmann sicher dankbar sein. Ihr dürft euch einen weiteren Erkundungspunkt aufschreiben. Ich muss ganz dringend mal ins Badezimmer verschwinden. Okay, machen wir kurz den Cut, beziehungsweise die anderen können ja schon mal versuchen, die Tür aufzubrechen. Liegt da irgendwas drin, was man dafür benutzen könnte? Nicht wirklich. Wenn ihr sowas wie ein Elektro-Pick habt oder sowas, so ein Türding, ansonsten könnt ihr die Tür ganz normal versuchen zu öffnen, mit Geist und Technik. Habe ich nicht, ich habe nur Geist. Ich habe auch nur Geist. Was ist denn sonst noch in dem Raum? Ich war ja eben so blind, aber was ist denn noch? Wie gesagt, eine Einbauküche, da ist ein Kaffeeautomat, der scheinbar kaputt ist. An dem, was so ganz heilig aussieht, da ist nicht viel. Tisch, Sitzgelegenheit. Wie sieht das denn aus? Sieht jetzt noch alles verstaubt aus? Sieht das benutzt aus? Überall halt auch, alles so verstaubt und also nicht so, dass man jetzt erkennen könnte, da war jetzt vor kurzem noch jemand. Also wenn, dann ist das halt auch schon länger her. Gut, die benutzen Teller und so weiter, es steht alles nur rum, aber wenn halt die Leute da fluchtartig gegangen wären. Einbauküche. Da sind doch sicher in irgendeiner Schublade Messer drin. Ja, aber nichts Besonderes. Ich meine, so oft ist Einbauküche, das ist jetzt übertrieben, das ist eine Teeküche. Da hast du so Müllchen und vielleicht so, also nichts, nichts großartig Stabiles, mit dem du eine Tür aufhebeln könntest, da bricht eher das Messer ab. Nicht aufhebeln, nicht aufhebeln, aber ein Schloss rumstochen. Das ist schon ein etwas moderneres Schloss. Ja, okay, dann wird es schwer. Da kriegst du mit dem Messer nichts hin. Kann ich die Tür eintreten? Ja, sie sieht ja massiv aus. Du klopfst aber so. Richtig gut massiv ist das. Ist die auch an die Teek, wo der Vorhang ist? In den Raum? Die geht in die Richtung, aber ihr wisst halt nicht, wohin die geht. Ihr habt ja noch nicht genau geguckt, wie es da hinten in dem anderen Raum aussieht. Das würde ich mich jetzt als nächstes vorstellen. Ich sage mal so, die Tür sieht aus, wie wenn es vielleicht wichtig sein könnte. Ich glaube, es steht auch drauf, Büro. Dann würde ich mal... Jetzt irgendwas privat, privat. Du kannst dran lauschen. Ich würde die Klinke drücken. Ist es abgeschlossen? Ja. Ja, hätte ja sein können. Ja, dann brechen die Tür auf und dann... Ja, das kommt mir irgendwie, glaube ich, aus dem Parfinder-Stream vor. Kommt bekannt vor. Ist die Tür denn abgeschlossen? Nö. Hier ist sie abgeschlossen. Ich höre mal dran. Was höre ich? Höre ich nichts? Du hörst ganz genau gar nichts. Gut. Hätte sein können. Hm? Oh, scheiße. Kein Gestöne, kein gar nichts. Kein Kittenrasseln. Ja, okay. Dann würde ich da mal hingehen und sagen, schauen wir uns mal schnell den Vorhang an. Ja gut, wenn ihr wieder rausgeht quasi und durch den Vorhang durchguckt, seht ihr sowas wie ein Salon und ihr seht, dass es links quasi, wo dieser Raucherraum war, da ist die Wand gerade, also da war ein weiterer Eingang und rechts seht ihr, dass die Mauer weitergeht. Also quasi die Tür, also quasi die Tür, die ihr jetzt gerade zuletzt gesehen hattet, tatsächlich woanders hinführen muss. Zumindest in einen separaten Raum. Scheinbar. Ja, dann gehen wir wieder zurück zu Rebecca. Und weiter hinten seht ihr halt, dass hinten im Salon der hintere Bereich ziemlich eingestürzt ist. Da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Da kann man zwar noch ein bisschen gucken, aber so im hinteren Verlauf ist halt schon was runtergeknallt. Fällt uns da sonst irgendetwas auf, außer der Wand, wo man sagen würde, das sollte ich mir mal angucken, weil sonst würde ich sagen, gehen wir wirklich zurück zu dem Raum. Weiter hinten könnte halt noch eine Treppe sein, die rechts hoch geht und weiter hinten in der hinteren rechten Ecke seht ihr noch was. Wo es scheinbar ein Durchgang oder sowas zu sein scheint. Ich würde Frederik angucken, wir gehen besser erstmal zurück zu Rebecca. Also uns hier zu verlieren ist keine gute Idee. Ja, ja, nee, das ist auf jeden Fall, gehen wir zurück und dann würde ich sagen, sortieren wir uns erstmal ein bisschen und machen ein bisschen einen Plan, sonst streuen wir wild durch dieses verfluchte Restschloss. Vor allen Dingen müssen wir auch nachher noch, wir müssen ja noch weiter nachher, müssen ja noch das zum Krug finden. Wollt ihr denn versuchen, die Tür mal aufzubrechen? Erstmal zurück zu Rebecca und... Wo ist die denn? Die ist in dem Raum geblieben mit der Türe. Ja, drum meinte ich, der geht ja jetzt zurück und da wäre ja diese ominöse Tür. Ja, dann probiere mal die Tür aufzubrechen, scheiß drauf, aber mit Rasten. Boah, die wird jetzt wieder sagen, brech die Tür auf, brech die Tür auf, der Meister sagt, brech die Tür auf. Gerade wenn der Meister eigentlich sagt, mach das, sollte man es eigentlich nicht tun. Es ist euch überlassen. Ich sag mal so, wir haben nichts, um die Tür aufzubrechen. Ja, ich würde dich angucken, Frederik. Hast du zufällig irgendetwas zum Hebeln dabei? Brecheisen, Beil? Ich meine, du hast schließlich eine Armbrust dabei. Hast du vielleicht was unter deinem... Was hat der an, eine Jacke, Mantel? Ja, so eine Feldjacke halt. Hast du irgendwas unter deiner Jacke versteckt? Nein, den habe ich nicht. Aber ich möchte mich nochmal in dem Raum umgucken. Hat der Türsteher da irgendwas rumliegen gehabt? An Hebel- und Stimmwerkzeugen jeglicher Art? Scheinbar nicht. Also es ist wichtig, so schön neben die Playboys zu sein. Ah, Männer. Ich gucke es dir böse an. Das ist kein Werkzeug, kein... So machen, das ist nicht auf dich bezogen. Ich gucke da, ich überlege mal dann, hat es da irgendwo, oder wenn ich mal vor in die Empfangshalle gucke, irgendwo ein Glaskasten mit einer Feuerwehraxt drin oder ein Feuerlöscher irgendwas, keine Ahnung. Nur gut kann sein, dass du vielleicht irgendwo mal einen Feuerlöscher hast, nicht drauf geachtet. Ja, ich möchte mich ja nochmal umgucken. Ja, sie ist aber kein. Dann gucke ich, dann gucke ich, wir werden die Türen nicht aufkriegen. Ich habe kein Werkzeug und ihr auch nicht. Und ich glaube nichts, was hier rumliegt. Du kannst es ja trotzdem mal versuchen. Mit was? Mit Geist und Technik. Ich habe nur Geist. Ich glaube, wenn wir uns zusammentun, klappt es vielleicht. Versuchen wir es. Nein, mit drei Dreiern. Ich habe drei Dreier, ich kriege nicht. Probier es du mal. Oh, während der, während der Reverend wohl ein bisschen ungehobelt vorgeht und gar nichts passiert, hat die liebe Barbara irgendwie noch eine Haarnadel oder sowas gefunden und hat gedacht, ich versuche mal, vielleicht bringt sie was. Und tatsächlich mit ein bisschen Gefummel, mit ein bisschen Glück macht es Klick und die Tür öffnet sich. So ein kompliziertes Schloss. Mit einem Klick. Ja, scheinbar weiß ich nicht. Hat sie vielleicht einen Kurs gehabt mit dem Schlösserknacken. Ihr seht in einem dunklen Raum mit Akten in den Schränken und einem zu Boden gefallenen Computer auf dem schweren Bürotisch in der Raummitte. In der Decke prangt ein Loch, durch das unaufhörlich Wasser in den Raum sicher gießt. Die meisten Akten dürften wohl völlig durchnässt sein. Okay, so, wollt ihr euch in dem Raum den näher umgucken? Ich würde erstmal die Tür ganz aufmachen, um zu gucken, ob der direkt an die Wand geht oder ob sich jemand hinter der Tür verstecken könnte, auch wenn wir nichts gehört haben. Man weiß ja nie. Die geht ganz auf. Gut, ich würde nochmal zu Rebecca gucken. Ich würde dann zu Frederik gucken und meinen, willst du rein oder soll ich? Ich gehe rein. Erstmal. Hat der Raum ein Fenster, will ich noch wissen, OT? Ne, hat er nicht. Gut. Decke, du mir lieber den Rückzugsweg, falls da drin irgendwas sein sollte. Ich komme mich da drin an. Ich würde mir meine Pistole rausholen und gucken, ob die durchgeladen ist, aber gesichert ist und warten. Ich habe meine Armburst im Anschlag und ich halte so durch den Raum. Was sehe ich, wenn ich mich da umgucke? Also es gibt übrigens keinen weiteren Ausgang. Das ist der einzige Zugang zu diesem Raum. Gut, okay. Gut. Dann gehe ich zu dem Schreibtisch hin und gucke mal an, was da drauf liegt. Ja, dann werfen wir doch mal Geist und Nachforschung. Also nur Geist. Kadi bricht die Wohnung ab. Nein, das haben wir heute Morgen getan. Genau. Entschuldigung. So, nicht weiter schlimm. Du darfst Geist und Nachforschung machen. Oh, der Pater ist ja schon fünsig geworden. Also, ihr habt in einem Raum geöffnet, das war ein Büro quasi. So, das meiste ist zwar unbrauchbar, aber einige interessante Rechnungen und andere Hinweise habt ihr dennoch gefunden. Sieht fast so aus, als hätte das Chateau d'Amour auch Geschäfte mit sehr zwielichtigen, gestalten gehabt. Also, die sammelt ihr ein, quasi Beweismittel und ihr habt einen weiteren Erfahrungspunkt gesammelt. Erfahrungspunkt, genau. Das ist richtig gut, Leute. Ja, das ist gut. Also, meine Tischgruppe hat da total vergeigt. Ich glaube, die hatten einen Erkundungspunkt von diesen dreien. Noch irgendwas in dem Schreibtisch drin? Ja, nichts weiter irgendwie. Ihr könnt den Computer mal noch mitnehmen, aber da ist ziemlich Wasser drauf gerieselt. Vielleicht kriegen die Kriminaltechniker noch was raus, aber... Ne, ich packe ihn ein. Vielleicht können wir die Felsbatter halten. Zweite Frage. Würdest du denn mit dir die rumschleppen jetzt die ganze Zeit? Nein, dann würde ich auf die Fensterbank, wo wir reingehen sind, würde ich das durch den drauflegen. Also irgendwo dann in die Empfangshalle dann quasi. Da, wo wir reingefallen sind, da ziehe ich auch wieder raus. Das ist ein Glas, da möchte ich ihn hinlegen. Ja gut, das kannst du machen. Korrekt. Gut. Dann habt ihr die Nebenräume quasi abgesucht, würdet ihr jetzt mal vermuten. Aha. Ich würde mal mich umgucken, ob ich vielleicht irgendwelche Geheimtüren finde. Nee, da ist nix. Okay. Passiv. Was hast du denn da gefunden, Frederik? Ja, es ist irgendwelche Rechnungen, man kann ihn nicht ganz genau lesen, weil... Ah ja, du... Ja, Entschuldigung. Lass mich mal gucken. Da liege ich gleich ein. Ja, dann finde ich ja wahrscheinlich, das hast du gerade gesagt, dass das dubiose Geschäfte sind. Oh, da wird mal man sich aber freuen. Ich möchte übrigens mal mein Handy rausnehmen, gucken, habe ich Empfang? Ich bin draußen, nö. Ich gucke auf mein Handy. Nö. Kein Empfang. Ihr seid noch schließlich in einem Gemäuer mit dicken Mauern, also da ist der Empfang noch schlechter. Nada, keine Chance. Außer mitten in der Pampe. Das Telefon, das ihr vielleicht im Büro findet, funktioniert nicht, falls ihr auf die Idee kommen solltet. Ich rechne nicht damit, dass es funktioniert. Ja. Sollen wir uns mal da hinten die Ecke... Wollen wir nach... Ich würde ungern nach oben gehen, dass es oben definitiv einsturzgefährdet. Wollen wir wirklich da durch einen Gang gehen oder am Ende nicht mehr wiederkommen? Weil was einstürzt? Wollen wir nicht riskieren. Also die Geschichte ist die, dass es jetzt halt den Salon gibt, quasi, wo ihr noch reinkönnt, wo ihr schon so reingelinzt habt. Das ist die Frage, wollen wir jetzt den Salon für das nächste Mal aufsparen? Können wir den Cliffhanger machen? Gut, ich hätte den Cliffhanger nach dem Salon gemacht, aber wir können auch den Cliffhanger hier machen von mir aus. Wenn der Salon dauert... Geht der Salon schnell? Der geht schnell, das ist nicht viel. Tali, was hast du, ich würde es von dir abhängig machen. Mir ist egal, ich bin zwar gerade ein bisschen künftig... Wir sind fünf Minuten, das nehmen wir dann. Dann haben wir auch den Cliffhanger mit dem Cliffhanger. Dann gehen wir zum Salon. Genau, okay. Also, der Raum, der einmal, dass es der Salon des Edelbottes gewesen sein muss, liegt düster vor euch. Tische und Stühle liegen umgeworfen auf dem Parkettboden, der an mehreren Stellen zu kleinen Haufen aufgeworfen ist. Vorsichtig, Schritt für Schritt, tastet ihr euch weiter in das Innere des Raums vor. Splitte und Dreck knirschen unter euren Schuhen. Ein schwerer Hölzner, der auf die Bühne heruntergekracht, also da hinten war so eine Bühne, wo die Tänzer wahrscheinlich waren. Über den einzigen, nicht gebrochenen Stuhl hängt ein staubiges Jackett, beinahe so, als würde der Besitzer es jeden Moment wieder abholen. Zu eurer Linken seht ihr eine Tür, dahinter erstreckt sich eine Bar. Flaschen reihen sich auf den Regalen, Gläser liegen auf dem Fußboden verteilt. Der hintere Bereich ist in eine tiefe Dunkelheit gehüllt und das Fadelicht reicht gerade aus, um zu erkennen, dass hier in weiten Teilen die Decke heruntergekommen ist. Zu eurer Rechten befindet sich die Reste von etwas, was vermutlich einmal ein Treppenaufgang war. Und jetzt könnt ihr noch eine Herausforderung auf Geist und Nachforschung machen. Na, zwei Sechser? Moment, Sekunde. Sie haben mich gerade ein bisschen verstolkert. Ach, Geist, jetzt habe ich drei Würfel, verdammte Scheiße. Nein, zwei, eins, fünf. Ein Erfolg. Wer hat mehr Erfolge? Du hast zwei Sechser. Und Tali hat? Ich habe eine Fünf. Okay. Ich schmeiße mit Max zusammen. Im hinteren Teil des Schlosses findet ihr einen komplett zerstörten Aufzug. Der führt nirgendwo mehr hin. Nicht weit von dem zerstörten Aufzug entfernt entdeckt ihr eine geschickt getarnte Tür. So, ihr öffnet sie und seht in fahlen Lichtscheinen steinende Stufen in die Tiefe führen. Dann hört man von Frederik und Lorraine. Na, toll. Das wird bestimmt interessant. Deine Neugier wird dich irgendwann nochmal umbringen. Was denn das was immer tut? Wenn du deine Neugier nicht gemacht, mache ich es. So. Okay, ihr wollt da rein? Da runter? Hm. Ich habe meine Waffe immer noch im Ansteck und die Taschenlampe in der anderen Hand. Okay. Wie sind die anderen denn bestückt? Ich gehe voraus mit meiner Armbrust im Anschlag und die Taschenlampe unten dran. Okay. Und Rebecca? Rebecca hat ihre Taschenlampen-App an und quasi auch die Pistole in der Hand. Also. Spar du lieber Strom. Ihr geht da quasi runter. Wird auch quasi an die Decke leuchten und nicht nur direkt vor mich hin. Die Rundbügel stützen die Decke ab und werden ihrerseits von Steinsäulen getragen. Dieser Teil des Schlosses muss uralt sein. Kalte Feuchtigkeit, der modrige Geruch vergangener Zeiten schlägt euch entgegen. Hier müsste wirklich einmal gelüftet werden. Es ist so dunkel, dass ihr ohne Lichtquelle die Hand nicht vor Augen sehen könntet. Der Schein eurer Lampen tastet über Steinstufen, die in einem geschwungenen Bogen in der Tiefe verschwinden. Der Boden ist rutschig. Ihr bewegt euch vorsichtig Stufe um Stufe über die steinerne Wendeltreppe hin. Knapp in die Tiefe. Und hier machen wir den Cut. Gut. Okay. Dankeschön. Kann ich mitnehmen. Jetzt wird es nochmal ein bisschen dauern und das machen wir beim nächsten Mal. Aber ich finde, der Cut ist gut. Ja. Ganz, ganz, ganz. War ganz okay. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wann immer das ist. Wir machen eine Terminabsprache. Wird dann wieder auf NerdPol veröffentlicht. Max, ich würde raten, dass du auch den Link dann reinstellst, falls jetzt hier Leute zugucken, die einfach oder das nachgucken dann. Ich würde schon sehen, der durchaus auch eine größere Fanbase hat, dass die die Chance haben, A, die Fortsetzung zu finden. Ich lege auf meinem Kanal eine Playlist an. Genau, dass du einfach dort das verlinkst, einfach in dem Kalender, weil dort werden die Termine bekannt gegeben, beziehungsweise man kann es dann irgendwann in ein paar Wochen, denke ich mal, werden wir den nächsten Teil gespielt haben. Also ein bisschen Geduld müsst ihr mitbringen, falls ihr jetzt externe seid. Aber ich hoffe, dass es auch euch Spaß gemacht hat oder jedem, der diesen Stream mitverfolgt oder später noch mitverfolgen wird. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich kann nur sagen, auch für Fans, die nichts mit Rollenspiel am Hut haben, sondern einfach nur John Sinclair mögen. Die Story ist richtig cool. Also es wird einiges passieren. Guckt euch einfach an oder lasst es sein, wenn es euch nicht gefallen hat. Kann ich auch mit leben. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss mit der Live-Übertragung. Vielleicht kurz noch ein paar Sätze im Off-Air. Und bis demnächst. Gute Nacht, Leute. Schlaf gut. Gute Nacht. Tschö.